Nächstes Thema. Machen Handystrahlen nun krank oder nicht? Die Schlagzeilen mal so, mal so. Strahlen Angst, machen Handys wirklich krank oder kein Krebs durch Handys. Was stimmt denn nun? Habe ich Kollegen gefragt, die sich seit Jahren mit dem Thema befassen. Als Antwort bekam ich unter anderem das hier. Mehr als 600 Seiten. Mitverfasst von der Europäischen Umweltagentur. Und die kommen zum Schluss, dass langfristig erhebliche Gefahren von Handys und anderen Strahlenquellen ausgehen. Sebastian Bösel und Beate Klein mit den Details. Vor vier Jahren bekam Dieter Winkler die Diagnose. Krebs im linken Ohr. An den Folgen der Operationen leidet er noch heute. Da höre ich schlecht. Jedes Mal muss meine Frau auf der rechten Seite laufen, dass ich ein bisschen was verstehe. Dieter Winkler hat seit Anfang der 90er Jahre beruflich viel mit einem Handy telefoniert. Sein Verdacht? Ich nehme an, dass das Handy Schaden anrichtet. Ich habe eine andere Einstellung zu dem Handy. Und ich nehme deswegen das nicht so oft wie damals. Könnte sein Tumor etwas mit dem Handy zu tun haben? Vor vier Jahren trafen wir Dieter Winkler zum ersten Mal. Er ließ sich als einer von weltweit 6000 Krebspatienten für die größte Handy-Studie befragen. Wie oft und lange hat er telefoniert? Forscher Joachim Schütz erklärte damals, worum es in der Studie der Weltgesundheitsorganisation geht. Wenn die Strahlung ja nur in den ersten vier bis fünf Zentimetern ankommt, dann erwarten wir natürlich auch eine Verteilung von Tumoren unter den Handynutzern, die anders aussieht als bei den Personen, die kein Handy benutzen. Und genau das ist nun ein Ergebnis im Zwischenbericht der sogenannten Interphone-Studie. Darin heißt es, wer das Handy mehr als zehn Jahre hauptsächlich auf einer Seite vom Kopf benutzt hat, hat dort ein signifikant erhöhtes Risiko, einen Tumor am Hörnerv oder einen Hirntumor, ein Gliom, zu bekommen. Problem dieser Befragungsstudien, Krebs braucht lange, um zu entstehen. Und es gibt relativ wenige Nutzer wie Dieter Winkler, die schon lange Jahre mit dem Handy telefonieren. Deshalb tut sich die Leiterin der deutschen Interphone-Studie mit einer Bewertung schwer. Die Aussagen für die Personen, die länger als zehn Jahre telefonieren, beruhen bisher auf kleinen Zahlen. In einigen Ländern sind die Daten so, dass man ein erhöhtes Risiko sieht, in anderen sieht man keine Erhöhung. Ich denke, wir sollten abwarten, ob es tatsächlich sich bestätigt, wenn man die Gesamtdaten auswertet, dass es dort eine Erhöhung gibt. Abwarten, obwohl es Hinweise auf Langzeitschäden gibt. Handy-Nutzer werden von Forschung und Politik immer wieder auf diese Weise vertröstet. Warten statt warnen. Zum ersten Mal bezieht jetzt aber eine offizielle Fachbehörde eindeutig Position. Mobilfunk ist gefährlich. Das steht in diesem Bericht. Das Besondere, Mitverfasser ist nicht irgendwer, sondern die Europäische Umweltagentur, die Fachinstanz für Umweltfragen der EU. Die Direktorin hält weiteres Abwarten für fatal, angesichts der derzeitigen Forschungsergebnisse. Handys mögen schwach strahlen, aber es gibt genügend Beweise für Wirkungen auch bei schwacher Strahlung, sodass wir jetzt handeln müssen. Auf über 600 Seiten fassen Wissenschaftler 2000 Studien zu elektromagnetischen Feldern zusammen. Sie kommen zu eindeutigen Ergebnissen, beziffern sogar das Hirntumorrisiko von langjährigen Nutzern. Nach mehr als zehn Jahren Handynutzung erhöht sich das Hirntumorrisiko um 20 bis 200 Prozent. Das andere wichtige Ergebnis des Berichts, die Mobilfunkwellen lösen auch gefährliche Reaktionen in den menschlichen Zellen aus. Sie stören Zellprozesse. Und wenn das über einen langen Zeitraum passiert, können diese Störungen natürlich zu Langzeiteffekten wie Krebs führen. Und das sind die Effekte, die uns am meisten beunruhigen. Zwar gibt es Grenzwerte für Mobilfunk, die uns schützen sollen, doch die Effekte in den Zellen treten auch unterhalb dieser Grenzwerte auf. Die Schlussfolgerung der Behörde? Die Grenzwerte sind unzureichend. Die EU-Umweltagentur fordert deshalb, die Grenzwerte zu senken, gerade weil mittlerweile schon viele als Kind Handys bekommen. Müssen also vor allem junge Handynutzer besser geschützt werden? Was sagt das Deutsche Bundesamt für Strahlenschutz zu den Warnungen der EU-Umweltagentur? Doch dazu kein Interview. Schriftlich heißt es... Es bestehe innerhalb der Grenzwerte keine gesundheitliche Gefährdung. Es gebe aber Hinweise auf biologische Wirkungen und deshalb müssen die Grenzwerte durch geeignete Vorsorgemaßnahmen ergänzt werden. Wie passt das zusammen? Angeblich keine Gesundheitsgefahr, aber ein ganzer Katalog von Vorsichtsmaßnahmen. Handy-Gespräche sollten kurz gehalten und lieber Kopfhörer, sogenannte Headsets, benutzt werden. Konsequente Vorsorgepolitik sieht anders aus. Als Dieter Winkler anfing, mit einem Handy zu telefonieren, hat sich noch niemand für die möglichen Folgen interessiert. Umso mehr müssten jetzt die Hinweise ernst genommen werden, sagt die EU-Umweltagentur. Wir meinen, warum die Bevölkerung einer Gefahr aussetzen, wenn man jetzt etwas tun kann. So, ohne Mikrofon hört man mich hinten nicht, denke ich. Also ist es so besser. Also mein Name ist Uli Weiner und ich darf Ihnen heute ein bisschen was aus meiner Geschichte erzählen. Ich selber bin vom Beruf Mobilfunktechniker. Ich habe angefangen mit dieser Thematik, da war ich zehn Jahre alt und der Hintergrund war nichts anderes, wie es vielleicht die Kinder in dem Alter haben und auch die Teenie-Kinder haben. Die wissen genau, die Jugendlichen kommen von der Schule heim und ich muss weiter rüber, okay, kriegen wir hin. Und rufen die Freunde an, die sie eh schon den ganzen Tag gehört haben oder in der Schule getroffen hatten. Und so habe ich das auch gemacht und es gab ziemlich schnell Stress zu Hause. Es gab immer hohe Telefonrechnungen und da war die kürzeste und einfachste Lösung. Wir kaufen uns Funkgeräte und wir machen das ohne Telekom und ohne Kabel. Das war so mein Einstieg in die Funktechnik. Ich will es ein bisschen abkürzen. Mir geht es heute sehr stark und das hat man jetzt schon in dem Fernsehbeitrag kam das sehr deutlich raus. Und ich sehe viele junge Familien hier, ich sehe viele junge Leute hier, viele Kinder. Ich will das noch ein paar Minuten nutzen und auf das Thema speziell eingehen. Das ist mir nämlich selber ganz wichtig. Also meine Geschichte mit Funk beginnt mit zehn Jahren. Ich war eben begeisterter Funker. Leider gingen diese kleinen Funkgeräte damals nur 500 Meter. Und so habe ich zwei Jahre später mir ein Gerät gekauft, das schon 30 Kilometer konnte. Und mit 14 habe ich dann die Prüfung gemacht zum Amateurfunkdienst. Damit mit bestandener Prüfung durfte man dann über die ganze Welt funken. Mit 15 habe ich neben der Schule Autotelefone eingebaut. Mit 16 bin ich dann in die Lehre gegangen zum Funktechniker. Mit 17, 17, halb 18 habe ich angefangen mich selbstständig zu machen. Mit 18 dann eine eigene Firma gegründet. Mit 20, schon ungefähr 20 Mitarbeiter gehabt. Und immer sehr intensiv mit dieser Technik gearbeitet. Sehr, sehr viel telefoniert. Also Sie brauchen nicht meinen, dass mein Auto, da war nicht nur ein Telefon drin. Also ich hatte zum Beispiel damals so die Auffassung, ein Auto ohne Fax, das geht gar nicht. Weil man könnte an der Ampel versehentlich einen Fax kriegen. Und das wäre ja schade, wenn man nicht gleich zurückschreiben kann. Also solche kuriosen Einstellungen hatte ich. Also das Auto hatte zwischen 7 und 15 Antennen. Da war alles drin, was mit Funk zu tun hatte. Und ich habe es sehr intensiv genutzt. Und wenn dann irgendjemand zu mir kam, ich habe ein paar befreundete Ärzte gehabt, die haben immer gesagt, Mensch Uli, pass mir diese Technik auf. Es gibt da nichts, ob das vielleicht doch was machen könnte. Es gibt da ja nichts. Pass lieber auf. Und ich habe das natürlich als junger Kerl, da rein, da raus, habe mir nichts drüber gedacht. Und es ging viele, viele Jahre gut. Und eines Tages begann es damit. Ich bin ins Büro gefahren, habe ganz normal telefoniert oder habe einen Anruf bekommen. Und kam dann an meinem Arbeitsplatz an und hatte auf Bayerisch so ein Brett vorm Kopf. Also ich hatte so einen Kopf auf. Und als Funktechniker denkt man natürlich nicht an Senti. Man denkt zuerst, naja, hast du halt schlecht geschlafen oder kriegst vielleicht eine Erkältung. Also all diese Dinge. Und das hat einige Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate gedauert. Das weiß ich aber nicht mehr so genau. Bis mir aufgefallen ist, Moment, es gibt einen direkten Zusammenhang, ob ich jetzt in der Früh zum Büro telefoniere oder nicht. Also wenn ich nicht telefoniert hatte, war ich ganz klar, hoch konzentriert, habe mehr geschafft, als ich mir an dem Tag vorgenommen hatte. Dann habe ich telefoniert, ging es mir entsprechend träge, Kopf total voll, habe keinen klaren Gedanken gekriegt. Es war sehr mühsam zu arbeiten. Und in diesem Zusammenhang ist mir wieder eingefallen. Wir hatten in der Berufsschule, ich habe eben, wie gesagt, den Funktechniker gelernt, einen Ingenieur gehabt für Nachrichten- und Hochfrequenztechnik. Und der hat immer zu uns gesagt, zu uns jungen Leuten, er hat gesagt, passt mir diese digitalen Funktechnik auf, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass das ungefährlich ist. Das war immer sein Spruch. Aber wie gesagt, junge Leute, da rein, da wieder raus. Und in dem Zusammenhang ist mir das wieder eingefallen. Und dann habe ich angefangen, Selbstversuche zu machen. Ich habe schon mal gesagt, okay, heute wird mal nicht telefoniert. Wie fühlst du dich dann? Alles klar, hat funktioniert. Dann habe ich wieder absichtlich viel telefoniert, habe gesagt, wie fühle ich mich dann? Wie kann ich arbeiten? Wie ist meine Arbeitsleistung? Wie ist meine Konzentrationsleistung? Und die war dann entsprechend schlecht. Das waren so die ersten Symptome. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, Handy kommt mir raus. Ich habe die ganze Firma umstrukturiert. Wir hatten einen großen Außendienst. Aber das war alles gar kein Problem. Wir haben dann, damals kam noch eine neue Technik, die ja heute auch größtenteils alle kennt, denke ich mal, das Internet. Und wir konnten da sehr viel umstrukturieren. Aber das, also es geht auch ohne Handy. Das habe ich dann auch mehrfach bewiesen über viele Jahre. Okay, für mich war das Thema Handy damals dann erst einmal zu Ende. Aber es ging weiter. Es kam damals dieser Handy-Boom. Es kam, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, in Deutschland war das zum Beispiel, eine Million neue Kunden pro Monat. Also es gab keine, oder gab es heute keine wirtschaftliche Entwicklung oder keine Neuheit, die so rasanten Absatz gefunden hat wie das Handy. Und damals kam eben, wie gesagt, eine Million neue Kunden pro Monat dazu. Also es sind Zahlen, wie gesagt, die man sich kaum vorstellen kann. Und entsprechend begann es natürlich dann damit, dass die Handys überall da waren. Und wenn ich natürlich, gerade im Geschäftsleben, wenn ich dann zu einem Vortrag gegangen bin oder zu einer Fortbildung, es waren immer Leute mit Handys. Und das war am Anfang erst einmal kein Thema. Aber es begann dann damit, dass ich gemerkt habe, wenn andere Leute in meiner Nähe telefonieren, habe ich die gleichen Probleme. Also Nähe heißt, damals waren das vielleicht 15, 15 Meter. Also wir kommen da jetzt in den Bereich des Passivtelefonierens. Also ihr kennt das vom Rauchen, Passivrauchen, Passivtelefonieren, ist das Gleiche. Ich komme auch noch, das ist mir auch ganz speziell, dieses Passivtelefonieren, das geht jetzt ganz speziell dann auch um die Kinder. Da haben wir nämlich dann gleich den Angriff auf die Familien, damit läuft mir diese Technik. Okay, aber zuerst hatte ich Probleme, wenn andere in meiner Nähe telefoniert haben. Und ich habe halt am Anfang war es so, wenn halt die Leute in die eine Richtung sind zum Telefonieren, dann bin ich halt in die andere. Das ging jahrelang oder ein, zwei Jahre wieder gut. Und dann begann es damit, wir waren auf einer großen Tagung in München, Hotel, alles, auch so 2000 Leute, alles voll. Und auf einmal bekomme ich massive Sehstörungen, ich bekomme Herzrhythmusstörungen und bricht zusammen. Das war dann immer so lustig. Und dann habe ich natürlich zu den Kollegen erst einmal gesagt, fahrt mich mal in den nächsten Wald, mal schauen, ob es da besser wird. Also das wusste ich schon, im Wald geht es vielleicht besser. Ich kam dann, konnte nach drei Tagen im Wald wieder Auto fahren, bin dann erst einmal zum Arzt. Und der hat natürlich gesagt, Mensch, klingt nach Gehirntumor. Also Verdacht auf Gehirntumor. Ich war da knapp 23, 24, Verdacht auf Gehirntumor, nicht so spannend in dem Alter. Also erst einmal sämtliche Untersuchungen. Ich habe ganz, ganz viele ärztliche Untersuchungen hinter mir. Und das Ergebnis war dann, es können keine körperlichen Ursachen gefunden werden. Also sie haben alles durchgecheckt. Es war nichts zu finden. Und ich war natürlich erst einmal, ist es vielleicht psychisch, kommt dann der Gedanke, ist es eine lämonische Belastung, könnte es sein. Also es kamen so ganz, ganz viele Geschichten und das war es alles nicht. Und ich habe halt dann gelernt, damit zu leben. Ich habe mich dem etwas entzogen. Und das war erst einmal gut. Bis ich 2001 von der Flugreise zurückkam und dann wieder zusammengebrochen bin. Diesmal am Frankfurter Flughafen mit entsprechenden Zuschauern, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich kam also ins Krankenhaus, die haben wieder alles durchgecheckt und nichts gefunden. Aber das Entscheidende war dann, nach drei Tagen kam der Chefarzt zu mir, sagte, Herr Weiner, wir sehen, wie schlecht es Ihnen geht, aber wir finden keine körperliche Ursache. Haben Sie eine Idee? Da habe ich mir gedacht, ja nett, der Chefarzt kommt zu mir, fragt mich. Naja, weil ich ja jetzt der Spezialist bin und ich bin Funktechniker, aber mehr auch nicht. Und dann habe ich es ihm halt erklärt zu meinen Beobachtungen mit dem Funk. Und dann hat er gesagt, naja, also so richtig gehört habe ich das noch nicht, aber er will mal einen Spezialisten fragen. Und das eine habe ich mitgebracht, er kam nach drei Tagen wieder und brachte mir eine Studie mit. Sie sehen das, deutsche medizinische Wochenschrift. Und jetzt schauen Sie mal aufs Datum. 5. August 1932. Als eingefleischter Funktechniker habe ich natürlich gleich gedacht, 1932 gab es noch keine Handys. Das war auch richtig, aber man sieht es jetzt hier schon, es gab ganz starke Sender im Kurzwellenbereich. Also wie der vorhin erwähnte Sender in Schwarzenburg zum Beispiel. So, und die haben also da Forschungen gemacht in den 30er Jahren zum Funk. Wir haben dann schon gehört, wie weit die Deutschen dann auch waren Ende der 40er Jahre in Bezug auf HAARP. Also es wurde in den Jahren sehr, sehr viel geforscht. Und natürlich, wie es oft so ist in unserer Welt, leider zur Zerstörung und zum Militär. Aber das Ergebnis will ich kurz vorlesen. Der Gesamtorganismus wird schon im Strahlungsfeld von starken Kurzwellensendern durch die freie herzsche Welle deutlich beeinflusst. Also freie herzsche Welle, das ist ein altdeutscher Begriff oder altdeutsches Wort für Funk. Also für eine Funkwelle, die frei ist. Also eine gebundene Welle gibt es auch, also hier zum Beispiel das Mikrofonkabel oder halt jetzt Telefonleitung, wenn ihr Beispiel, oder auch der normale Hausstrom. Das ist eine gebundene Welle. Okay, das empfinden alle Personen, die längere Zeit hindurch an solchen Sendern ohne genügende Schutzmittel haben, arbeiten müssen. Es treten Erscheinungen auf, wie wir sie bei Neurasthenikern zu sehen gewohnt sind. Starke Mattigkeit am Tag, dafür in der Nacht unruhiger Schlaf. Zunächst ein eigenartig ziehendes Gefühl in Stirn und Kopfhaut. Dann Kopfschmerzen, die sich immer mehr steigern, bis zur Unerträglichkeit. Dazu neigen uns zu depressiver Stimmung und Aufgeregtheit. Auch IROF hat nach unseren Erfahrungen die Wellenlänge einen deutlichen Einfluss. Und am unangenehmsten sind anscheinend Wellen von 4 bis 5 Metern. Okay, also es war 1932. Vielleicht noch zwei, ein technischer Aspekt, 4 bis 5 Meter, das ist ein Frequenzbereich, ungefähr bei 80 Megahertz. Das war damals die höchste Frequenz, was die erzeugen konnten. Also 80 Millionen Schwingungen pro Sekunde. Unsere Handys heute, zum Beispiel das NATEL-D, oder ich sage nur NATEL mittlerweile, also das D-Netz in Deutschland, das NATEL-D in der Schweiz, arbeitet mit 900 Megahertz. Und die haben damals schon herausgefunden, umso höher die Frequenz ist, also umso kleiner die Wellenlänge, umso aggressiver auf den menschlichen Organismus. Das war vor 75 Jahren. Gut, Sie können sich natürlich vorstellen, wenn man an so einem Krankenbett liegt und Vollblutfunker ist, und alles über Funk bis jetzt gemacht hat und unsere Sprüche gepflegt hat, wie zum Beispiel, wie so Kabel legen, Funken ist doch viel einfacher und Sie kriegen so eine Meldung. Das heißt, man muss erst mal überlegen, was ist jetzt Gottes Sinn dahinter? Und das habe ich gemacht und habe angefangen, mich erst mal zu informieren. Gibt es noch andere Leute, die Probleme haben? Und die ersten Leute, die ich gefunden habe, waren Leute aus der ganzen Branche, also Funktechniker, teilweise jünger als ich, Ingenieure und so weiter. Und über die Jahre hat sich dann eins herausgestrahltisiert, die Leute, es kamen immer mehr Leute dazu aus einem normalen Arbeitsumfeld oder aus einem normalen Lebensumfeld, also nicht nur Funktechniker, die mit dieser Technik zu tun hatten, sondern auch Leute aus einem normalen, ganz normalen Alltags- oder Lebensumfeld. Und sehr schnell kam natürlich dann der Zusammenhang auch zustande, dass diese Leute den Schnurrlos-Telefon hatten oder längere Zeitens hatten oder halt entsprechend neben einem Sender gelebt haben. Das war so das Erste. Und ich musste natürlich mein Leben umstellen, also die Zusammenbrüche, die haben sich leider immer wieder gehäuft, das ist nicht bei einmal geblieben. Und ich habe natürlich überlegt, was machst du? Das Erste ist, ich bin natürlich nach Hause, nach dem Krankenhausaufenthalt, aber zu Hause konnte ich mich nicht richtig erholen. Ich war nach drei, vier, fünf Tagen immer noch so richtig matschig und kam dann eigentlich auf die Idee, ich fahre in ein Gebiet, wo wenig Empfang ist und schaue mal, ob ich da fitter werde. Und das Interessante war, zu Hause bin ich nicht in die Gänge gekommen, auch nicht im Krankenhaus, aber dann kam ich in ein Gebiet, wo kein Handyempfang war damals. Und da war ich nach zwei Tagen wieder so fit, dass ich wieder arbeiten konnte. Also das war das Erste. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, woher wusste er, dass das die Funktechnik oder dass da Empfang war oder nicht. Ganz einfach, ich war Mobilfunktechniker und hatte die Messgeräte. Also ich hatte damals schon Messgeräte und habe meine körperlichen Empfindungen mit diesen Messgeräten verglichen. Und die waren leider eins zu eins. Das war so das. Und ich habe natürlich überlegt, wie geht es weiter? Die Wohnung zu Hause kannst du nicht mehr dauerhaft oder ohne gesundheitlichen Schaden bewohnen. Die erste Idee war, es sollte eine Übergangslösung werden, einen Wohnwagen zu kaufen und den immer dahin zu stellen, wo kein Handyempfang oder wo wenig Strahlung ist. Das war so die erste Idee. Die war auch anfangs ganz gut. Ich habe auch noch gearbeitet, musste ja natürlich schon die Stunden reduzieren. Aber ich konnte noch relativ gut arbeiten, konnte die Umsätze sogar noch erhöhen und habe aber schon im Wald gelebt. Und wie das Leben so im Wald ist, ich habe ja schon gesagt, es sollte eine Übergangslösung sein. Wir haben heute schon vom Dr. Scheiner gehört, wir hatten den Hänger vorhin dabei noch. Der liegt, der steht jetzt in dem Funkloch, Gott sei Dank, ein bisschen weit weg von hier, aber er hat es relativ überlebt. Die Übergangslösung ist leider momentan noch eine Dauerlösung. Ich habe versucht, an mehreren Orten sesshaft zu werden, beziehungsweise auch in bebauten Funklöchern Wohnraum zu finden, mit vielen anderen Betroffenen. Aber die Mobilfunkbetreiber waren dann meistens auch gleich da und haben Sendeanlagen errichtet. Also, es ist ganz, ganz schwierig. Ich will aber mal vielleicht einen kleinen Film einspielen und zwar machen wir den von Rai. Das ist Südtiroler Fernsehen, habt ihr vielleicht. Da möchte ich Ihnen mal kurz zeigen, wie schaut denn so ein Leben draußen aus und was in dem Film auch mit vorkommt, was man hier leider nicht hören kann, weil hier die Strahlenbelastung so hoch ist. Ich zeige es dir, da ist auch diese schnurlose Telefone. Okay, ich wäre so weit, könnt ihr? Das ist Ulrich Weiner in seinem Ganzkörperanzug. Diesen trägt er, wenn er für Vorträge zwei bis drei Stunden bestrahltes Gebiet betritt. Sein Lebensweg nahm nach einem völligen Zusammenbruch vor fünf Jahren eine neue Richtung. Menschen reagieren auf technische Felder empfindlicher als ursprünglich angenommen. Die Revolution mobiler Kommunikation bringt Nebenwirkungen. Auf der einen Seite gibt es die Menschen, die Probleme haben, diese Anzahl steigt. Auf der anderen Seite gibt es Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation, die abwiegelt und sagt, nein, das ist nichts da, das ist alles nur eingebildet und hier gemeinsam mit der Industrie gegen die Menschen arbeitet. Und das muss aufhören. Ein eingebildetes Krankheitsbild wird auch dem unter dem Mikrowellensyndrom leidenden Ulrich Weiner angedichtet. Seit vier Jahren reist er von Funkloch zu Funkloch, der sich nur dort ohne Strahlenanzug aufhalten kann. Gegen mobile Kommunikation an sich hat der ausgebildete Funktechniker nichts einzuwenden. Mobile Kommunikation bin ich überhaupt kein Feind. Nur im Moment, wir haben auf der einen Seite keinen Mobilfunk mehr, sondern einen Hausfunk. Das heißt, wir haben eine Kommunikation, die in jedem Haus, in jedem Keller verfügbar ist. Das war nie geplant. Ich habe Mobilfunk immer so verstanden, mobil, also draußen, im Freien, am Fenster, vielleicht noch einen Meter am Fenster, empfangen und dann ist es okay. Mit diesem Gerät kann Weiner Strahlung hörbar machen. Anhand eines schnurlosen Haustelefons erläutert er, welche permanente Strahlenbelastung gegeben ist. Ich stecke jetzt das Gerät ein. Jetzt muss ich es wieder ausstecken, sonst versteht man nichts. Man hat jetzt gesehen, also die Anzeige springt sofort auf Vollanschlag und wir haben ein ganz starkes Brummen. Also das bedeutet, diese Station von dem Schnurlose-Telefon sendet jetzt 24 Stunden. Man hat gesehen, das Handteil liegt auf der Station, das heißt, es wurde nicht benutzt. Seinen Körper stärkt Weiner vor dem Verlassen des Funklochs mit intravenöser Zufuhr von Vitamin C und Calcium, um die Strahlenbelastung so länger aushalten zu können. Bewiesen ist, dass diese einem immer größer werdenden Teil der Menschheit schadet. Die skandinavischen Länder haben diesbezüglich bereits Maßnahmen gesetzt. Da ist diese Krankheit oder dieses Phänomen bekannt. Dort ist es eine anerkannte Behinderung. Die Menschen haben dort ein Recht, in funkfreien Gebieten zu leben, bekommen Rente und werden auch so gut versorgt. Also die Länder, die den Mobilfunk schon länger haben, sind da durchaus schon viel weiter. Erste Studien aus Schweden zeigen, dass eine Nutzungszeit von zehn Jahren mit einem etwa dreifach erhöhten Risiko für bösartige Gehirntumoren verbunden ist. Das heißt, hier hat man nicht den Verdacht, sondern hier hat man den Beleg dafür, dass die Nutzung dieser Technologie zu ersten Störungen und Krankheit führt. Ulrich Weiner geht seinen Weg weiter und informiert über ein offensichtlich kleines Kommunikationsproblem, welches für die Menschheit einmal ein ganz großes werden könnte. Also das ist vielleicht so ein kleiner Eindruck, kann man natürlich gleich sagen, wenn man es positiv sieht, bist du an den schönsten Plätzen Deutschlands, in dem Fall war es sogar eines der schönsten Funklöcher in den Dolomiten. Aber wenn man immer nur im Wald ist, dann ist es nicht ganz so einfach. Jetzt will ich vielleicht noch ein paar Punkte sagen, mir geht es eben um die Kinder. Ich will jetzt mal weitergehen. Jetzt kommt natürlich immer gleich die nächste Frage, wenn man das seit 32 weiß. Wie schaut es denn heute aus? Sie haben ja den Fernsehbeitrag am Anfang von ARD gesehen, vom Ersten Deutschen Fernsehen. Also man weiß sehr, sehr viel. Also auch die Elektrosensibilität ist anerkannt. Es gibt hier in der ICD die internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Also wenn wir Ärzte unter uns sind, nach dem müssen zum Beispiel die deutschen Ärzte abrechnen. Und da gibt es diesen Punkt Z58. Also es ist bekannt. Und ja, wann kommt man dazu oder wie entwickelt sich das? Das will ich mal ganz kurz zeigen. Das ist ein bisschen, wir nennen ihn mal ein Funkmichel aus München. Also viele Leute bekommen über Nacht eine Funkbelastung, in dem Fall eher vom Fenster. Viele Menschen wissen gar nicht, wie so ein Mobilfunksender aussieht und werden aber trotzdem krank. Tiere und Pflanzen wissen auch nicht, wie so ein Sender ausschaut und werden auch krank. Also damit ist die psychologische Seite immer sehr leicht auszuschließen. Gut. Im Wesentlichen unterscheidet die Umweltmedizin eigentlich auch unter drei Typen. Ich will das mal kurz zeigen. Dann machen wir es eigentlich sehr kurz. Es gibt noch den 3B-Typ. Also jemand spürt was, weiß warum. Typ 2 spürt was, weiß nicht warum. Das ist also die große Masse, die Probleme hat, aber nicht unbedingt zuordnen kann, wo kommt es her. Typ 3 sagt von sich, er spürt nichts. Und dann gibt es noch den 3B. Das ist der Mensch oder der Typ vom Mensch, der sagt, er merkt nichts. Und wenn ich dann seine Frau und seine Kinder frage und sage, ja wie ist denn der Papa, wenn er drei Stunden Handy telefoniert hat, dann sagen die mir, wenn der heimkommt, kriegt er nichts mehr mit. Also diesen Typ gibt es auch. Also das andere im nahen Umfeld, gerade Frau und Kinder, das sehr wohl merken, wenn jemand mit dem Handy telefoniert. Okay. Krankheitsverlauf vielleicht, natürlich sehr medizinisch, aber da springen wir gleich weiter. Es fängt immer zuerst an, dass der Körper ein Alarmzeichen gibt. Ich muss es schneller machen, okay. Aber es ist mir ganz wichtig, weil diese Alarmzeichen treten sehr viel und sehr früh auf. Das beginnt bei vielen ganz banal mit Kopfweh. Das sagt natürlich jeder, Kopfweh ist nichts. Aber ich will es mal einfach vergleichen. Wenn Sie ein Auto benutzen und es geht bei Ihnen das rote Lämmchen auf, Öl geht zum Beispiel aus. Also Motoröl wird weniger. Dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie decken das zu und sagen, ist mir doch wurscht. Oder Sie sagen, okay, Alarmsignal, jetzt gehe ich zur nächsten Tankstelle und fülle Öl auf. Wenn Sie es zudecken, entspricht es genauso, wie wenn Sie bei Kopfweh eine Aspirin einschmeißen und sagen, ist mir doch egal. Aber irgendwann, wie beim Auto, kommt es zum Motorschaden. Also sprich, das Auto, wenn es kein Öl kriegt, irgendwann gibt es einen Kolbenfresser oder was auch immer und der Motor ist kaputt. So ähnlich ist es bei uns. Und viele Menschen sind es gar nicht mehr gewöhnt, kleinste Alarmzeichen ernst zu nehmen und auch die Ursache zu finden. Nicht die Auswirkung bekämpfen, sondern immer die Ursache. Das ist mir ganz wichtig. Okay, vielleicht ganz kurz die Phasen nochmal ganz kurz dargestellt. Das ist mir bloß wichtig, auch jetzt auf Bezug auf die Kinder. Es fängt in der ersten Phase sehr, sehr banal an mit sogenannten Befindlichkeitsstörungen. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier aufkommt, Schlafstörungen, Nervosität, Gereiztheit, Ankonzentrationsschwäche, Appetitlosigkeit, Lärmschwäche. Dann Kinder mit Besten, also Bettnässerkinder kann sein und so weiter. Das ist erstmal noch nichts. Das ist nur, also noch nichts nicht, aber erstmal Alarmzeichen. Und dann kommt schon die zweite Phase, bedeutet für den Körper eine Beeinträchtigung. Dann geht es jetzt dann schon höher. Gesteigerte Infektanfälligkeit, Kopfschmerzen, Migräne, Verdauungsbeschwerden etc. Also der Körper schafft es nicht mehr und reagiert viel empfindlich in anderen Bereichen. Und die dritte Phase ist dann wirklich schwere Erkrankungen. Wir haben im Film schon gesehen, zum Beispiel Krebs, Leukämie und Parkinson und so weiter. Und da auch die ganzen Alzheimer-Sachen, die werden da vermutet. Okay, machen wir es ganz kurz. Ein paar Symptome sind schon angesprochen worden, aber vielleicht machen wir es nicht so ausführlich. Schlafstörungen sind ein wichtiges Alarmzeichen. Und es geht dann runter. Ich mache es mal kurz. Erschöpfung haben wir schon gehabt, Tagesmüdigkeit, Konzentrations-, Gedächtnisminderung, Schweißausbrüche. Spontane Erregbarkeit in jede Richtung bis hin zur Depression in die andere Richtung. Alles möglich. Und wenn Sie wieder unten hinschauen, das sind alle Studien, in dem Fall von den frühen 60er-Jahren bis zu den 80er-Jahren. Also man weiß das wirklich seit Jahrzehnten. Okay, vielleicht ein paar Studien. Das ist mir die wichtigste, auch wieder auf die Kinder. Hier wurden Zahlen zusammengetragen aus den Jahren 85 bis 2004. Und verschiedene Länder sind beteiligt. Wir sehen Schweden, Österreich, Kalifornien werden als Ausreißer, Deutschland, Schweiz, Irland, England. Und was ich zeigen will, 85 gab es kaum Mobilfunk, waren 0,06 Prozent der Schweden oder gaben an, elektrosensibel zu sein. Schauen wir, neun Jahre später waren es schon 0,63 Prozent in Schweden. Wir können nochmal von 94, also nochmal drei Jahre, sind es schon 1,5 Prozent. Bei 2003,2, 2003, 9 Prozent. Parallel zu diesen Jahreszahlen haben sich natürlich die Techniken entsprechend verdoppelt oder vervielfacht. Vielleicht ein Beispiel aus Deutschland. Unser erstes Mobilfunknetz hatte 800 Sendestationen. In der Zwischenzeit haben wir 120.000 Sendestationen. Also kleiner Wachstum. Was passiert, wenn man das hochrechnet? Also die Forscher haben eine statistische Auswertung gemacht, haben gesagt, wir bilden den Trend. Also wenn die Entwicklung so weitergeht, was passiert? Und wir haben dann hier eine Zahl, sehr erschreckend, 2017 haben wir 50 Prozent der Bevölkerung geschätzt. Leider ist es so, dass die Technik schneller wächst, oder sich schneller verbreitet. Weil wahrscheinlich, daher kann man davon ausgehen, dass die Zahl leider früher erreicht wird, wenn nicht bald was passiert. Und Leidtragende sind eigentlich die Kinder, die vom Mutterleib an bereits die Strahlung abbekommen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Die Dauer, wir haben es vorhin schon gesehen, oder der Volksmund sagt es auch schön, die Dosis macht das Gift. Das heißt, bei Strahlung, Strahlung, Stärke, oder Strahlung, Stärke mal Zeit mal Art. Also die Zeit ist das Entscheidendste und der entscheidendste Faktor. Und das ist auch das, gleichzeitig auch das Teuflischste an dem ganzen System. Es ist ja nicht so, dass man heute Handy telefoniert und zwei Minuten später hat man so Kopfweh, dass man es lässt. Also bei mir ist es mittlerweile so. Aber das ist nicht der Durchschnitt, sondern es kommt Jahre versetzt. Also bei mir kam es so zwischen, nach sieben bis zehn Jahren, dass ich Probleme bekommen habe. Also das ist das, ja, Versteckte und Teuflische dahinter. Okay. Dann vielleicht noch ganz kurz, und dann sind wir schon wieder direkt bei den Kindern. Wenn das alles so ist, was uns der Dr. Scheiner heute gesagt hat, was ich Ihnen jetzt sehr kurz noch gesagt habe, dann muss man das doch irgendwo sehen. Zum Beispiel in Statistiken. Und wir sind in der Schweiz und ich habe eine Schweizer Statistik mitgebracht. Und zwar ging es darum in dieser Statistik, Sie sehen es oben schon, Veränderung der Diagnosenanzahl in Schweizer Arztpraxen. Also es ging darum, wie haben sich gewisse Krankheiten verändert oder entwickelt. Wir haben hier mit Rot fängt es an, die psychischen Erkrankungen, dann Nerven- und Sinnesorgane blau, das ist der Balken, Stoffwechsel, Entgleisungen, Störungen, das ist der grüne. Da haben wir noch Unfälle, die fallen nicht so ins Gewicht, aber Hautkrankheiten, Herz-Kreislauf, übrige Diagnosen. Und dann ist jemand hergegangen, ein Arzt, und hat gesagt, jetzt zeichne ich den Start des Mobilfunknetzes in der Schweiz ein. Und das war Mitte 1997. Also das Digitalen. Das Nahtel C gab es ja schon viel länger. Und man sieht einen sprunghaften Anstieg. Natürlich immer zeitversetzt, also in dem Fall ungefähr ein Jahr. Und manche Beschwerden auch mehrere Jahre. Es kommt dann immer zeitversetzt. Gut. Dann vielleicht sind wir direkt bei den Kindern. Dieser Wirkstoff, den man kaum aussprechen kann, also Methylphenid-Athyl-Trochlorid. Vielleicht haben wir ein paar Ärzte, ein paar Apotheker, die können das. Für mich ist es ein Zungenbrecher. Das ist der Wirkstoff von Ritalin. Ritalin ist, denke ich, ein Begriff. Wird gegeben für Kinder, wenn sie ADS und ADHS haben. Also dieses Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom und ADHS, die Steigerung davon. Und Sie sehen, viele Jahre war das in etwa gleich. Und Mobilfunk in Deutschland ist 92 gestartet, der Digitale. Und zeitversetzt gibt es hier einen massiven Anstieg. Das kann natürlich auch noch andere Gründe haben. Es könnte sein, dass die mehr Werbung machen, war schon mal ein Grund. Aber das halte ich bei diesem starken Anstieg für nicht realistisch. Okay. Und generell erwartet zum Beispiel die Bundesregierung hier auch die Deutsche ein höheres Gesundheitsrisiko. Und wenn man das alles so sieht und sich das anschaut, dann fragt man sich natürlich, warum wird nicht gehandelt. Wir haben ja in dem ARD-Beitrag gesehen, wie die deutsche Regierung reagiert hat. Nämlich gar nicht. Und in Österreich kommt es wenigstens schon mal um 20 Uhr in der Zeit im Bild, was da dahinter steckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn eine Bundesregierung eine Warnung rausgibt, wir haben jetzt in Bayern Handyverbot an Schulen, es ist jetzt das zweite Schuljahr, jetzt hat Italien nachgezogen mit Handyverbot an Schulen. Wenn solche Warnungen kommen, dann ist es eigentlich schon mehr als fünf nach zwölf, vielleicht schon halb eins. Wir haben auch WLAN-Verbot, also das digitale oder schnurlose Internet, strahlt ähnlich wie das schnurlose Telefon, was wir vorhin gesehen haben im Film, strahlt 24 Stunden, auch wenn keiner es benutzt oder telefoniert, beziehungsweise im Internet surft. Und ich möchte wirklich heute mitgeben, wenn ihr heimkommt, schaut, was habt ihr zu Hause. Was habt ihr für ein schnurlose Telefon zu Hause? Es gibt verschiedene Techniken. Schaut, ob ihr es nicht ersetzen könnt. Ob ihr nicht lieber zurückgeht auf das klassische Kabel. Es kann ja auch ein langes Kabel sein. Das ist wirklich das Einzige, was wirklich oder nachweislich 100% strahlungsfrei ist. Und wenn man mit den ganzen Sachen sich ein bisschen schwer tut, aber überlegt mal, das normale Festnetztelefon gibt es in vielen Regionen hier in Europa schon fast 100 Jahre. Und man hat nie Beschwerden gehabt. Das Handy gibt es seit 15 Jahren und es ist eine heftigste Diskussion überall zu dem Thema. Und ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, meldet das Handy ab. Es bringt eigentlich nur Leid und Schaden. Und ja, es ist wirklich so. Also ich möchte es mal so sagen, ich mache ganz viele Vorträge an Schulen. Ich war letztes Jahr bei 25.000 Schülern im deutschsprachigen Raum. Ich mache das Ganze so Gott will und ich die Kraft habe, mache ich es. Aber ich muss aufpassen, so eine Aktion wie heute kostet mich ein, zwei Tage Bettruhe. Da komme ich nicht drum rum. Aber so gut es geht, mache ich es. Und mir ist es wirklich wichtig, denkt an die Kinder. Die bekommen, allein die Strahlung, die jetzt da ist, die jetzt als Passivtelefon, jemand, der diese Technik nicht nutzt, allein was jetzt da ist, und ich will es mal vielleicht, ich zeige es vielleicht auch mal kurz, aber man kriegt hier einen Schrock. Das ist der Sender drüben auf dem Haus. Und der ist im roten Bereich. Ein schnurloses Telefon hätte ich jetzt gar nicht vorführen können, weil das hätte man nicht mehr gehört. So laut ist das andere. Denkt an die Kinder. Es ist ein Angriff auf die Familie, es ist ein Angriff aufs Leben, diese Technik. Und es gibt nur einen Weg, dem zu begegnen. Und es ist absolut konsequenter Verzicht. Es gibt keinen anderen Weg. Die Mobilfunkindustrie geht ganz klar nach Zahlen. Es geht ums Geld, um nichts anderes. Es geht um Zahlen. Und wenn allein ein Handy angemeldet ist. Ich habe viele Leute, die sagen, ja, für Notfall und mal im Auto. Ich weiß nicht, ob sie das wissen. Das ist auch eine Lüge. Es sterben mehr Menschen durch Handynutzung im Straßenverkehr, als über Notrufe gerettet werden. Das heißt, wenn man alle Handys abmeldet, haben wir noch weniger Verkehrstod. Es ist eine Studie des österreichischen Automobilclubs. Also wer das nicht glaubt, kann auf mich zukommen. Ich habe alles belegt, was ich hier sage. Und das Zweite ist, jetzt sind wir in den Bergen. Wir haben die Lawinenrettung, wir haben die Bergwacht in den bayerischen Bergen. Die kommen immer wieder und sagen, seit wir die Handys haben, haben wir nur Arbeit. Die Leute gehen alleine in die Berge. Sie gehen spät in die Berge. Sie fahren im Winter nicht zugelassene Pisten. So nach dem Motto, ich habe ja mein Handy dabei. Und es ist eine falsche, trügerische Sicherheit. Es ist keine Sicherheit. Und wie gesagt, es gibt nur einen konsequenten Verzicht, um dem zu begegnen. Ich weiß, dass es gerade für die jungen Leute vielleicht am Anfang nicht ganz so leicht sein wird. Ich habe die Phase schon hinter mir. Also wer Tipps braucht, kann zu mir kommen. Also es gibt da Wege, auch im Geschäftsleben, auch als Jugendlicher, dass man wirklich seinen Handykonsum stark reduziert und dann mittelfristig ab, also ganz lässt am besten. Wir haben in Deutschland jetzt acht Mobilfunknetze. In der Schweiz ist es genauso. Die können alle irgendwo leben. Zwar nicht mehr gut, die schreiben überwiegend rote Zahlen. Aber noch haben sie genug. Und wenn der Verbraucher nicht mehr telefoniert, dann gibt es eine Chance. Also das will ich jetzt vielleicht damit abschließen auch. Ich kann noch, sicher noch stundenlang erzählen, aber der Iber steht schon auf. Er möchte auch was sagen. Ich sage vielleicht noch abschließend dazu. Die Ursache von all dem, und das wissen viele hier viel besser, als es ich weiß, ein Handy dient auch zur totalen Kontrolle. Das heißt, ihr müsst euch bewusst sein, wenn es Verfolgung gibt, und die ist schon im Vorbereiten, ein einziger, der ein Handy hat, in zum Beispiel einer Geheimversammlung, ist ortbar und verrät alle anderen mit. Das muss man wissen. Ein Handy ist die totale Überwachung schlechthin. Und in Deutschland haben wir jetzt noch die Vorratsdatenspeicherung. In der Schweiz ist es mittlerweile auch so. Jedes Handygespräch, also mit wem hat man angerufen, wie lange hat man gesprochen, dann jede SMS, also beim Handygespräch nur wen hat man angerufen, nicht den Inhalt. Die SMS wird mit Inhalt ein halbes Jahr gespeichert und das ganze Bewegungsprotokoll von sechs Monaten. Das heißt, wenn heute ein Handy eingeschaltet wird und man bewegt sich, kann man sechs Monate später noch sagen, der war genau da, ist so gefahren, war da, ist in dem Bus eingestiegen und so weiter. Das ist Stand der Technik, das ist real. Das ist nicht Johannes-Offenbarung, sondern es ist real. Da steht es auch drin, aber es ist real. Und lebt damit. Also geht damit bewusst um. Okay, damit beende ich. Herzlichen Dank auch unseren zwei letzten Referenten. Es war hochinteressant. Ich glaube es fast nicht, da steht einer im Rahmenanzug und erzählt von Dingen, von denen wir noch nicht mal etwas gehört haben. Ich arbeite, wie gesagt, an der Uniklinik in Freiburg, hier im Unizentrum Naturheilkunde und behandle relativ viele Patienten. Und dieses Thema wird immer ein wichtigeres Thema bei uns. Also etwa 20 Prozent der ganzen Patienten von uns haben in gewisser Form eine Elektrosensibilität. Die meisten davon wissen davon nichts. Es gibt drei Dinge auf der Welt, die von Versicherungsunternehmen nicht versichert werden. Welche sind das? Versicherungen verdienen ihr Geld damit, dass sie Versicherungen verkaufen. Und sie können alles versichern in der Regel. Was können sie nicht versichern? Ich meine, eine Sache steht schon hier. Mobilfunk können sie nicht versichern. Das machen die nicht. Das Risiko schätzen die größer ein als den Verdienst. Was noch? Eine mögliche Sprachwärmung. Kernkraftwerke, genau. Und noch? Kondome. Akrogentechnik. Akrogentechnik, also Gentechnik in der Landwirtschaft. Und interessanterweise, also sie können ihre Schäden, die vielleicht entstehen oder die wirklich entstehen durch Mobilfunk, nicht versichern. Und die Mobilfunkkonzerne sind nicht versichert dadurch. Das heißt, wenn es jetzt in deutschen Schadensersatzklagen gibt gegen Mobilfunkbetreiber, dann sind die weg vom Fenster, die bläst weg. Nur, was haben die gemacht, damit das nicht passiert? Den Staat. Ja gut, das ist eine andere Sache. Die haben die Gesellschaften aufgeteilt, die Netzbetreiber. Richtig. Die haben praktisch Tochtergesellschaften gebildet, Abspartungen, sodass der Mobilfunkbau betrieben wird von Mobilfunkbau GmbH. Ja, Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Sofalls es zum Schadensersatz kommen würde, durch ein Mobilfunkcenter oder durch mehrere Mobilfunkcenter, gehen diese Gesellschaften mit beschränkter Haftung bankrott. Und sie können nichts mehr holen davon. Was auch noch rechtlich interessant ist, die Leute, die auf ihr Privatgrundstück Mobilfunkcenter draufbauen, die müssen dann haften. Alle Schäden, die von ihrem Grundstück ausgehen, müssen die haften. Das wissen die Wenigsten. Bei uns im Dorf hat einer unterschrieben jetzt, mit E-Plus einen Vertrag für 20 Jahre, bekommt er 60.000 Euro für das, dass er ein Mobilfunkcenter obendrauf macht. Weiß aber nicht, dass wenn jemand klagt wegen Schäden, dass er dran ist. Laut. Bei staatlichen Grundstücken. Dann ist die Gemeinde, die wohl im Hoheitsgebiet liegt. Was Sie aber machen können, Sie können hier Handy versichern. Da gibt es einen Handyschutzbrief. Das ist wichtig anscheinend. Die österreichische Ärztekammer hat im September 2005 folgende Schlussfolgerungen gezogen. Untersuchungen haben Auswirkungen auf die Gesundheit ergeben, wie etwa Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme bei Anwohnern von Handymasten. Auf allen wissenschaftlichen Nachweisebenen zeigen sich DNA-Schäden, beziehungsweise erhöhtes Risiko für Tumoren. Also es ist nicht nur so ein paar Spinner sagen das, sondern das war die österreichische Ärztekammer. Es gibt Schäden durch Mobilfunk. Dabei geht es nicht nur um Hirntumore, Krebs und Blutbildveränderungen, sondern auch um genetische Störungen und andere Probleme. Eine Entwarnung ist absolut unhaltbar. Das sagt hier ein Dr. Carlo. Kennst du den? Der hat im Auftrag von der Mobilfunkindustrie eine Studie gemacht mit 27 Millionen Dollar, wo er die finanziert. Das ist interessant. Der Carlo hat im Auftrag von Marlboro Mitte der 90er Jahre eine Studie gemacht, wo er herausbekommen hat, dass Rauchen weniger schädlich oder keinen Krebs macht in Bezug auf Butterkeks essen. Diese Studie wurde immer zitiert dafür, dass Rauchen unschädlich ist. Das hat der Carlo gemacht. Und die Mobilfunkindustrie ist natürlich auch zu diesem Forscher gegangen, weil sie gedacht haben, ja gut, der lässt sich leicht einkaufen. Das Interessante ist nur, der hat das nicht gemacht. Der hat im Endeffekt volle Warnung gegeben. Und soweit ich weiß, sitzt er jetzt in der Psychiatrie. Also der wurde stark kritisiert. Der durfte ja auch diese Ergebnisse lange Zeit nicht veröffentlichen. Hat es dann aber doch gemacht und wird jetzt ziemlich bombardiert. Also die haben ein riesen Millionenetat reingejagt, um diese Carlo-Ergebnisse dagegen zu arbeiten. Mobilfunksender sieht man manchmal. Einer, der den besten Review, also in medizinischer Sicht und physikalischer Sicht geschrieben hat, im Lancet, ist der Highland. Und der sagt, wenn ein Handy ein Lebensmittel wäre, wäre es verboten. Auch interessant, dass Immobilien bis zu 50% weniger wert sind, wenn sie in der Nähe von Mobilfunkanlagen stehen. Das heißt, ihr Haus können sie dann nur noch für die Hälfte vom Preis verkaufen, wenn überhaupt. Und ich weiß mittlerweile auch von Banken, die Hypothekenkredite verweigern. Wenn sie einen Kaus kaufen wollen auf Kredit, sie bekommen keinen Kredit mehr, wenn ein Mobilfunksender nebendran steht. Weil das jetzt viele schon wissen, werden Mobilfunkmasten auch integriert, zum Beispiel in Bäume rein. Sie sehen hier oben sind diese Kästen, da unten sehen Sie dieses Häuschen. Und auch im Bezirksspital Interlaken haben Sie im Aufzugsschacht Mobilfunksender drin. Interessanterweise hier ist das Schild, da steht Aufbahrung. Die ganze Bevölkerung hat im Endeffekt schon diese Handys. 2004 gab es mehr Handys wie Festnetztelefonen in Deutschland. Und das Interessante ist, 60% werden mit Nicht-Erwachsenen, also mit Jugendlichen erzielt und Kindern. Das ist interessant. Über 60% mittlerweile sogar, sodass die Mobilfunkindustrie natürlich auch dementsprechend wirbt, dass man am besten noch Babys mit Handys hat. Nur das Dumme ist, dass diese Strahlung stärker in das Hirn reinkommt bei kleinen Kindern. Sie sehen hier Wärmebilder, als bei älteren Leuten oder Erwachsenen. Hier ist die Schädeldecke dann verknöchert und bietet einen gewissen Schutz. Das sind allerdings nur Erwärmungsbilder. Aber man kann das praktisch auch für die Mikrowellenstrahlung analog sehen. So dass auch ein Forscher, hier ein Zoologe von der Universität in Frankfurt, der auch im Auftrag der Telekomindustrie Forschung gemacht hat, an Zebra finken. Der durfte auch zwei Jahre lang seine Forschung nicht veröffentlichen. Ich würde mein Kind nicht in einen Kindergarten schicken, wenn im Umkreis von 250 Meter eine Mobilfunkanlage wäre. Interessant auch dieses Bild, was ich vor kurzem gekriegt habe. Sie sehen hier, was über die Apothekentische geht, an Ritalin. Ritalin ist ein Amphetamin, was genommen wird bei Kindern, die nicht mehr normal sind, wo unruhig sind, wo Aufmerksamkeitsdefinite-Syndrome haben. Sie sehen hier von ab 1954, da gibt es diesen Stoff schon, wie das in den letzten Jahren parallel zur Einführung von schnurlosen Kommunikationssystemen, also sprich Nullostelefonen und Mobilfunk, wie es angestiegen ist. Und gleichzeitig ist die Geburtenrate runtergegangen. Jedes sechste Paar in Deutschland ist ungewollt kinderlos. Und trotzdem geht die Ritalineinnahme hoch, sodass ja die Psychiater sagen, ADS und ADHS sind Ritalin-Mangelkrankheiten. Im Endeffekt schon. Meine Cousine hat mich vor kurzem angerufen, die war in einer Spezialklinik für Kinder und Mütter mit Aufmerksamkeit defizitgestörten Kindern. Und ihr hat man nahegelegt dadurch, die Psychiologen haben sie bearbeitet, sie soll Ritalin bitte ihrem Kind geben. Wenn sie das nicht macht, wird es so, wie wenn der Chirurg Ihnen verweigert, eine Knochenoperation zu machen, wenn Sie einen gebrochenen Knochen haben. Sie hat dann unterschrieben, dass sie es macht, hat mich dann abends angerufen, ich habe sie wieder ausgeredet und habe gesagt, komm, wir machen jetzt noch einen Versuch mit dem Kind, komm ein, zwei Mal zu mir. Und sie kam im Juli dann, wir haben erst mal aufgebaut, haben Mineralalyse gemacht, Mineralstoffe gegeben, Spurelemente, Ernährung gestellt und ein paar Zyklen mit DMSA und das Kind ist wie ausgewechselt. Also sie sagt, vorher war es 0%, 100% ist ganz gesund, jetzt schon 70%, von Ritalin ist keine Sprache mehr. Also, das habe ich schon gesagt, ja, Wirtschaftsunternehmen kann keine Moral haben. Und was für eine Feldstärke da unter Hochspannungsleitungen überhaupt über die Luft übertragen werden kann, haben Sie ja vorher schon gesehen. Hier hat ein Physiker aus Bristol, hat einen Versuch gemacht, hat einfach Leuchttorflampen unter eine Hochspannungsleitung eingesteckt und die fangen an zu klimmen. Und zwar alle. Also es sind ein paar. Das können Sie machen. Also wenn es so dunkel wird und Sie stecken einfach eine 58 Watt Leuchttorflöre, uns gewöhnlich unter Hochspannungsleitungen rein. Im British Medical Journal kam jetzt schon eine Studie raus, dass Kinder, die in der Nähe von Hochspannungsleitungen, und zwar 600 Meter auch Entfernung leben, erhöhte Rate von Leukämie haben. Interessant auch, dass während des Kalten Krieges in Russland sehr viel Mikrowellenforschung gemacht wurde und auch die russische Botschaft in der UdSSR, äh, die amerikanische Botschaft in der UdSSR, wurde bestrahlt mit Mikrowellen, um die Leute kaputt zu machen. Das haben sie geschafft, und zwar erfolgreich. Die hatten überzufälle häufig Leukämie. Einige Selbstmörder sind gelaufen, die sind ausgewechselt worden. Die Amerikaner, wie sie halt schlau sind, haben gesagt, das ist psychischer Stress. Ja, die haben, die sind mitten in Russland, die wollen alle die töten hinterrücks. Und durch diesen Stress haben die einfach mehr Selbstmordgedanken, Depressionen, Leukämie. Ne, die wurden von drei Stellen bestrahlt. Und zwar mit einer Strahlenstärke, also die Strahlenart, ist genau gleich wie die, die wir jetzt hier verwenden. Und, äh, die Strahlenstärke lag zwischen einer Basisstation und einem Handy. Manche Kirchen kriegen auch schon Geld, indem sie die Mobilfunksender in die Kreuze hier einarbeiten. Ja, ähm, das ist jetzt ein Sektor. Also im Endeffekt sind es ja drei Sektoren Antennen. Es ist nicht so, dass sie direkt am Mobilfunksender, also der Herr, der vorher gefragt hat, dass er in 10 Meter in Ferne so ein Mobilfunksender hat, muss nicht die größte Strahlenstärke abbekommen. In der Regel bekommen sie, wenn die Hauptkeule aufkommt auf dem Boden, den höchsten Wert, also das ist so bei 100 bis 150 Meter. Und dann kommt es so, dass jede Antenne drei Sektoren hat. Und das ist auch ein Grund dafür, dass es sein kann, dass hier Leute leben, die sagen, die können immer schlafen, die Kinder fangen an zu spinnen, die bleiben sitzen, während hier Leute sind, die sagen, ich merke nichts, ihr seid verrückt. Ja, die wohnen im gleichen Abstand zum Mobilfunksender, haben aber unterschiedliche Strahlenstärken. Und es kann auch sein, wenn ein Studienleiter kommt und das relativ schlau macht, das gibt es auch, die wollen einfach nichts rauskriegen bei einer Studie. Dann nehmen sie einfach die Leute und sagen, ja, wir haben jetzt Leute genommen, die waren 50 Meter vom Mobilfunksender entfernt und haben die verglichen mit Leuten, die waren 200 Meter entfernt und haben festgestellt, dass die bei 200 Meter Entfernung mehr Krebs bekommen als die mit 50 Meter Entfernung. Können sie alles tricksen? Soweit ich weiß, war das eine Studie, die relativ interessant war, weil bisher die Leute, die ein Mobilfunksender aufs Dach gebaut haben, haben gedacht, okay, ich bekomme sehr viel Geld dafür, wenn ich so ein Mobilfunksender aufs Dach mache. Und zum Zweiten, ich werde nicht bestrahlt vom Nachbar, sondern ich strahle zum Nachbar rüber. Das stimmt nicht. Sie bekommen auch unterhalb des Mobilfunksenders, im Haus, Spitzen, die sehr hoch sind. Das waren Messungen, die, glaube ich, vom Bundesamt für Strahlenschutz sogar gemacht wurden und hier bei Chip veröffentlicht waren. Das sind die verschiedenen Frequenzen, die sie haben, das ist jetzt nicht so wichtig. Die haben aber alle noch, also D-Netz, E-Netz, UMTS, DECT-Telefone haben sie vorgesehen, wie das pulst. WLAN geht noch höher, in den Gigahertz-Bereich und die haben alle noch eine Taktfrequenz, 217 oder 100. Die 100 Hertz scheinen etwas gefährlicher zu sein, wie die 217 Hertz. Aber es reicht auch schon aus. Und wie vorher schon auch gesagt, WLAN wird getaktet mit 10 Hertz, also 10 Mal pro Sekunde kommt ein Impuls raus. Die Handystrahlung liegt praktisch in der Nähe vom Mikrowellenherd. Sie sehen hier einfach mal ein Spektrum von elektromagnetischen Strahlungen. Hier sind die niederfrequenten Strahlungen, hier sind die hochfrequenten Strahlungen, da ist auch Radio dabei. Und sie kommen dann in den Infrarot-Bereich und hier haben sie das sichtbare Licht bis zur radioaktiven Strahlung. Und analog und gepulst ist klar, was da der Unterschied ist. Haben Sie das schon gemacht wahrscheinlich, oder? Analoge Strahlung. Es wird ja immer argumentiert, ja, wir haben ja früher analoge Strahlung gehabt mit dem C-Netz und da waren die Leistungen viel höher. und jetzt haben wir gepulst und die Leistungen sind niedriger. Sie machen, analog bedeutet, Sie haben kontinuierlich eine Belastung hier zum Beispiel, ja, Sie haben eine Welle und die wirkt dauernd ein und dann können Sie Ihre Informationen auf zwei Arten übertragen, entweder machen Sie Amplitudenmodulation oder Frequenzmodulation. Das sehen Sie ab und zu auf Ihren Radios, da steht FMAM, haben Sie schon mal gesehen, so ein Schalter. Einmal haben Sie Mittelwelle und einmal haben Sie UKW. Und jetzt kommt die Pulsmodulation, das heißt, Sie machen einfach einen kurzen Puls und da haben Sie die Informationen drin, das heißt, was ich Ihnen vorgesagt habe, das DECT-Telefon, dieses Schnurrlost-Telefon, hat eine Pulsmodulation von 100 Mal pro Sekunde, kommt so ein Impulspaket und innen drin verpackt ist eine Frequenz von 1800 Megahertz, ja, 1800 Megahertz. Millionen her mal pro Sekunde sind da diese Dinger drin und ich vergleiche das immer, ach so, wenn Sie den Mittelwert machen, ja, den Mittelwert der Leistung, oder der, ja genau, der Leistung, dann machen Sie die, legen Sie die Kurve praktisch so an, Sie rechnen das Integral und dann kommen Sie bei der analogen Strahlung ungefähr hier hin, mal 0,7 und hier bei der gepulsten Strahlung sind Sie tiefer. Das heißt, die Leistung, die auf Ihren Körper einwirkt, ist über die Zeit gerechnet tiefer. Nur die biologische Wirkung, das wäre so, ich vergleiche es immer mit dem Boxer, der Muhammad Ali in seiner besten Zeit kommt zu Ihnen und gibt Ihnen einen analogen Faustschlag. Was wäre das? Der drückt Sie praktisch mit einer konstanten Kraft dauernd an die Wand, mit der Faust, ja, schon, aber konstant, die ganze Zeit drückt er Sie mit dem Kopf an die Wand, analog, jetzt kommt gepulst, gepulst, wer der schlägt, hat aber nur ein paar Mikrosekunden, ist die Faust auf Ihrem Kopf und die ganze andere Zeit, also die meiste Zeit eigentlich, ist die Faust nicht da. Das heißt eigentlich, vom Mittelwert her, also jetzt mal blöd gesagt, wäre es noch weniger. Nur der biologische Unterschied, einmal den Kopf, Dietrich, analog, Muhammad Ali und einmal den Kopf, Dietrich, gepulst. Sieht anders aus. Einmal haben Sie eine Matschbierne und einmal haben Sie halt blaue Flecken. So der Unterschied zwischen gepulst. Gut, und dann kommt noch dazu, dass dann noch wieder aufmoduliert auf dieser gepulsten Strahlung so eine sehr effektive das sind verschiedene Slots, wo jetzt bei Mobilfunk übertragen werden und diese haben Abstand, nochmal eine Aufmodulation von 8,34 Hertz und 2 Hertz. Das sind so in diesem Schumann-Bereich, wo Sie Leute beeinflussen können. Man weiß mittlerweile, dass Sie mit diesen extremen ELFs können Sie Leute beeinflussen, ob Sie jetzt Selbstfraud machen oder ob Sie froh sind oder ob Sie weinerlich sind. Also Sie können praktisch psychische Veränderungen auslösen mit diesen Strahlungsarten. Wie werden die Grenzwerte gemacht? Weiß das jemand? Heißt ja immer, die Grenzwerte werden eingehalten. Punkt. Und da kann man nichts mehr sagen, das steht man da mit dem offenen Mund. Die Grenzwerte sind eingehalten. Schon gemacht? Ah, okay. Da braucht man nichts mehr sagen mit der Erwärmung? Gut. Nein, wir haben nicht viel Zeit. Deswegen. Ja, die machen nur die Erwärmung. Das wäre das Gleiche, wenn Sie radioaktive Strahlung nehmen und den Körper nur 1 Grad erwärmen über 30 Minuten. Habt ihr alle schon gemacht? Okay, okay. Und das habt ihr auch schon gemacht, die Grenzwerte, die in Deutschland gelten und die biologischen wirken? Also, wenn man mal das D-Netz sieht, da gibt es einen Grenzwert in Deutschland, der 4,5 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter sind. Das sind Leistungsflussdichten. Da sehen wir nachher nochmal was Interessantes. Und der Schweizer Grenzwert ist schon mal 100 Mal niedriger. Dann, da wo der Herr Schröter immer Urlaub gemacht hat, haben Sie 660. Also in Deutschland gelten 4,5 Millionen. Salzburger Vorsorgewert für Ihnen ist 1 Mikrowatt. Sie haben hier einen Grenzwert von 4,5 Millionen. Und Empfehlungen für den Schlafbereich sind kleiner 0,1 Mikrowatt pro Quadratmeter. Und biologische Wirkungen sind nachgewiesen schon bei 0,2 Mikrowatt. Hier sehen Sie bei 1600 Mikrowatt schon Motorik und Gedächtnisstörungen bei Kindern. Bei 1000 Mikrowatt Öffnung der Blut-Hirn-Schranke. 900 Mikrowatt Störungen des Immunsystems. Bei 800 Mikrowatt Kalzium-Ionen können nicht mehr richtig fließen. Auch die Veränderung der Zellmembran. Und Sie müssen es nochmal vor Augen halten. In Deutschland gelten für das D-Netz 4,5 Millionen Mikrowatt als Grenzwert. Ich sage es einfach nochmal so. Schauen Sie mal den Unterschied an. Jetzt wird es interessant. Sie haben die volle Empfangsanzeige am Handy bei 0,01 Mikrowatt pro Quadratmeter. Zeigt das Handy an. Volle Power. Und Sie können noch bei 0,001 Mikrowatt mit dem Handy telefonieren. Jetzt fragen Sie sich, warum sind die Grenzwerte so hoch? Weiß das jemand? Der Mobilfunk ist kein Mobilfunk mehr, sondern Hausfunk. Die hauen im Außenbereich so hohe Leistungen rein, damit sie auch durch baubiologische Häuser durchkommen, damit sie hier, hier können Sie auch noch mit dem Handy telefonieren. Obwohl Sie tolle Abschirmung haben und hier metallbedampfte Fenster. Das geht nur, wenn Sie draußen hohe Leistung haben. Natürliches Vorkommen gegenüber dem Grenzwert ist, wenn man es mal veranschaulicht, Unterschied von einer Billion. Das heißt, ein Zentimeter gegenüber 250-facher Erdumfang. Das muss man sich mal vor den Augen führen, das ist schon verrückt. Gut, dass diese Grenzwertgebung eigentlich negativ bewertet wurde von verschiedenen Fachleuten, auch hier im Auftrag von der neuseeländischen Regierung, der Professor Sherry hat das ganz klar gesagt, es sollte für die Allgemeinbevölkerung unter 1000 Mikrowatt eingehalten werden. Schauen Sie nochmal den Grenzwert. 4,5 Millionen, bei UMTS sind es 10 Millionen Mikrowatt. Nochmal als Beispiel, was Grenzwerte wie Dehnbar, die sind und das gilt nicht nur für Mobilfunk, sondern Sie wissen es auch beim Amalgam, beim Quecksilber, beim Blei. Seit 1900 weiß man, dass Asbest krank macht. 1936 wurde Asbestose erstmals als Berufskrankheit anerkannt und erst 1995 wurde praktisch Asbest verboten. Man weiß, also fast 100 Jahre hat es gedauert, bis man wusste die Schäden und 100 Jahre hat es gedauert, bis man es verboten hat und Sie sehen die Grenzwerte. 1973 galten noch als sichere Grenzwerte 3 Millionen Asbestfasern pro Kubikmeter und es ging dann runter bis jetzt, die WHO empfiehlt 200 Fasern. Wenn es jetzt Automechaniker waren und die Bremsen nicht mehr ausgeblasen haben 1972 und haben Lungenkrebs gekriegt, dann sind sie nicht arbeitsrechtlich, nicht als berufskrank anerkannt worden, weil die Grenzwerte immer schön eingehalten wurden. Sie sehen, es verändert sich alles. Die Wahrheit von heute ist der Irrtum von morgen. Dazu sagt der Vorsitzende dieser Grenzwertkommission, wenn man die Grenzwerte reduziert, dann macht man die Wirtschaft kaputt, dann wird der Standort Deutschland gefährdet. Wobei Deutschland natürlich auch noch weltweit mit die höchsten Grenzwerte überhaupt hat. Das ist jetzt interessant, warum das so ist. Schneidsee, dieser Fernsehsender stand schon lange da, es gibt einen Bauer hier, der hat viele Rinder und ab 1995 war es, glaube ich, kam ein D-Netz drauf. Und ab da hat er festgestellt, dass er erstmal viele Totgeburten hat und Missbildungen. Sie sehen hier, dass hier die Knochen abgeknickt sind oder die Hinterbeine auf dem Rücken drauf von einem Kalb. Totgeburten mit ohne Augen, also ohne Augen, oder hier Euteentzündung, viele Tiere sind eingegangen, das wurde auch untersucht. Offiziell heißt es, der hat falsche Futter verwendet, aber wenn Sie die Professoren, die das untersucht haben, da war auch Professor Käß, glaube ich, dabei, von der Bundeswehrhochschule, wenn mich da jetzt täuscht, die haben ganz klar festgestellt, dass es nur von der Strahlung sein kann. Interessant auch von Heidelberg, wir haben Hühnereier in einem Brutschrank und mit Mikrowellen der Stärke unterhalb unserer deutschen Grenzwerke bestrahlt und damit ausnahmslos jedes Embryo getötet. Kein einziges Küken ist geschlüpft, keines hat die Strahlung überlebt, aus der Kontrollgruppe schlüpften ausnahmslos gesunde Tiere, Prof. Dr. Dr. Varga, bekannt in der Elektrobiologie. Dann dieser Neuroschirurg aus Schweden, Prof. Selford, hat Ratten untersucht, über 1000 Ratten untersucht und hat zwei Stunden mit dem Handy telefonieren lassen, praktisch, hat die 50 Tage danach geschlachtet und hat hier eine Spezialfärbung benutzt, also ein Antikörper gegen Albumin, das heißt, Sie sehen hier ein unbestrahltes Gehirn und hier sehen Sie ein bestrahltes Gehirn und bei diesem bestrahlten Gehirn sehen Sie diese schwarzen Punkte, das ist Albumin, das darf normalerweise nicht rein ins Gehirn, weil das Albumin-Molekül ist zu groß, um die Blut-Hirn-Schranke zu durchdringen. Die Blut-Hirn-Schranke war auch noch 50 Tage nach zweistündigem Handy-Telefonat offen, dafür, dass Albumin hier reingekommen ist. Sie wissen, dass Alzheimer auch dadurch charakterisiert ist, dass eben Eiweiß im Gehirn steckt. Albumin ist ein Prion und Alzheimer ist eine Prion-Erkrankung. Ja gut, zum Alzheimer machen wir relativ viel Forschung, wir wissen, dass es als Vorbedingung für diese pathologischen Eiweißablagerungen Metalle eine ganz große Rolle spielen. Bei diesem Versuch hier, interessanterweise hier im Hippocampus-Bereich, also der Bereich, wo er für das Lernen zuständig ist und wo es bei den meisten Leuten schon abwärts geht, der hat die Zellen, das sind kleine kaputte Zellen, durch diese zweistündige Handy-Bestrahlung sind einzelne Nervenzellen schon kaputt gegangen. Jetzt denken Sie, dass keiner wohl nicht sein, ich habe jetzt fünf Jahre mit dem Handy telefoniert und ich funktioniere noch vom Gehirn her. Sie müssen wissen, im Hippocampus gibt es einen Bereich, wenn 80% dieser Nervenzellen kaputte sind, dann erst merken Sie, oder auch die Umwelt merkt es, dass Sie Alzheimer haben. 80% geht erst kaputt, bevor Sie das überhaupt merken, dass Sie was haben. Bei Parkinson ist es genauso. Das bedeutet, es gibt noch ein ganz neuer Professor Antonetti, Leiter des Max-Planck-Institutes von Gollm, hat eine Forschung gemacht, hat Grenzflächenforschung gemacht, hat festgestellt, dass im Bereich von Synapsen bis zu 100 Grad beim Handy-Telefonat entstehen können, 100 Grad im Gehirn. Da wurde ja interviewt, ist Handy-Strahlung also gefährlich für das Gehirn? Vor solchen Aussagen werde es sich hüten. Die Mobilfunkindustrie hat gute Anwälte. Das war in Zeitren 2006. In der Umweltmedizin haben wir so ein Konzept, es gibt manche Leute, die vertragen mehr Gifte und manche Leute weniger Gifte. Und wenn das fast zum Überlaufen kommt, dann haben sie Probleme, dann geht die Krankheit los. Und es gibt, wenn sie hier einen großen Hahnen haben, dann können sie viel von dem Gift und von dem Dreck, was sie drin haben, ablassen. Das sind die Leute, die 90 werden und rauchen. Und es gibt Kleine, die genetisch bedingt einen kleineren Hahnen haben. Das sind die mit 40 am Raucherkrebs sterben. Und dann kommen noch die Belastungen, Zürichbelastungen, Stress, Zahnhärte, eben diese Umwelteinflüsse wie Mobifunk. Und wir versuchen praktisch eine Therapie, einfach mit einem Eimer das Zeug wieder abzuschöpfen und versuchen hier ein bisschen größer zu machen, wobei das ist nur beschränkt möglich. So, jetzt sehen Sie mal, hier von der Schweiz, eine Statistik von der Diagnosezahl aus Schweizer Arztpraxen von 1993 bis 2002 und das sind psyrische Krankheiten, Krankheiten der Nerven und Sinnesorgane, Stoffwechselkrankheiten, Unfälle und Gewalt, Hautkrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgezeichnet über die Zeit. Sie sehen hier von 1993 bis 1997 war das alles so mehr oder weniger gleich und stieg dann ab 1997 sehr stark an für die meisten Erkrankungen. Jetzt können wir ja denken, Schuld daran sind die Ärzte, weil es gibt Statistiken, je mehr Ärzte sie haben, desto mehr Kranken haben sie auch. Ärzte und Medizin sind in USA die dritthäufigste Todesursache. Jammer. Oder? Das ist hier sicher ähnlich, da hat hier keiner geguckt. Ich habe mir schon geguckt, auf jeden Fall hat man hier die Arztzahlen, die haben zugenommen, aber die haben hier auch schon zugenommen. Und hier hat man nicht nur Mobifunk, also in der Schweiz Nattel eingeführt, sondern eben auch diese Schnullostelefone und man muss auch wissen, dass in der Schweiz 100 mal geringere Grenzwerte gelten wie in Deutschland. Studienlage ganz neu aus Bern, Professor Rösli und Kollegen 2006, die haben eine Analyse von Studien gemacht über Mobifunk und Effekte und fanden bei 56% aller Studien, dass ein Effekt rauskommt, also ein Schädinger-Effekt. Und interessant ist, dass die von der Mobilfunkindustrie geförderten Studien nur 29% einen Effekt finden, während unabhängige Studien fast in 70% der Fälle einen medizinischen Effekt finden. Zum Thema Krebs, diese Naila-Studie, kennen Sie die? Haben engagierte Ärzte so nebenher einfach mal so eine kleine Studie in der Stadt Naila gemacht und haben zwei Kreise eingezogen, einmal Leute, die um 400 Meter rum um ein Mobilfunkcenter leben und Leute außerhalb und hat einfach die Krebspatienten angeguckt, wie viele kommen da? Dann haben Sie die ersten fünf Jahre überhaupt nichts festgestellt, es gibt keinen Unterschied. Fünf Jahre lang gab es keinen Unterschied zwischen Krebshäufigkeit bei den Mobilfunkcenter-Bewohnern und bei denen, die außerhalb wohnen. aber vom fünften bis zum zehnten Jahr ging die Krebsrate um durchschnittlich ungefähr um drei hoch, etwas mehr wie dreifach erhöht und das Interessante war auch, dass das Durchschnittsalter der Krebspatienten fast um acht Jahre runterging, über acht Jahre. Das heißt, die waren beim Mobilfunksender 64 Jahre alt, während die außerhalb der Mobilfunksenderzone 72 Jahre alt waren. Erbgutsschäden sind schon längst beschrieben worden, auch erhöhtes Risiko für Augentumore und auch für Hirntumore. Und wenn Sie hier die Reflexstudie angucken, da hat man einfach geguckt, ob es DNA-Strangbrüche gibt und DNA-Strangbrüche sind ein Maß für wie viel Krebs das es gibt. Hier haben Sie einfach eine Scheinbestrahlung, das war eine Studie, die über 14 Zentren in ganz Europa verteilt durchgeführt wurde, Doppelblind, das heißt, die Versuchsleiter wussten nicht, ob sie jetzt eine Probe haben, wo bestrahlt wurde oder nicht, das war per Zufall. Und die haben einheitlich festgestellt, dass wenn Sie Gamma-Strahlung haben, das sieht man jetzt hier gar nicht so gut, also hier wurde gar nicht bestrahlt, Sie sehen hier einfach nur ein Lichtfleck in der Mitte, hier wurde Gamma bestrahlt, also radioaktiv bestrahlt, Sie sehen hier einzelne Fetzen, wie so ein Komet, deswegen heißt das so, und Sie sehen hier E-Netz, 1,3 Watt pro Kilogramm, ich glaube zwei sind zugelassen, gell, also das heißt unterhalb von dem, was Sie am Handy beim Telefonieren abbekommen, Sie sehen keinen Unterschied zwischen Gamma-Strahlung und Mobilfunkstrahlung, was die DNA-Schäden betrifft, also Erbgutschäden. Schon lustig, oder? Professor Löscher, keine Firma der Welt entwickelt ein Arzneimittel, das bei Tieren Krebs auslöst und sagt dann, wie das Bundesamt für Strahlenschutz, die Handyherstellung und die Mobilfunkindustrie, das werde bei Menschen schon nicht auftreten. Mitochondrien, ich glaube, ich gehe mal drüber, weil im Krebsgeschehen spielen die Mitochondrien eine zentrale Rolle. Man weiß, dass diese Mikrowellenstrahlung, das ist für die Insider, zu einer Polarisierung von Stickoxid führt, Stickoxidmoleküle und Sauerstoff und Elektronen rausschlägt. Der Spinn wird auch geändert, sodass sie freie Radikale erzeugen damit und damit die freie Radikalbelastung im Körper stark erhöhen. Und wenn sie schon vorgeschädigt sind durch andere Sachen, wie zum Beispiel Amalgam oder zu viel schlechtes Nahrungsmittel, zu wenig Vitamine, dann kann es sein, dass sie empfindlicher auf Elektrosmog reagieren. Mitochondrien haben sie etwa fast 1500 pro Zelle drin. Die Oberfläche ihrer Mitochondrien sind 100.000 Quadratmeter. Wie groß ist da eine Wohnung? Wie viele Quadratmeter hat die? Nicht ganz so groß. 100 oder 150? Das sind 100.000. Das ist tausendfache. Da gehe ich jetzt aber nicht ganz genau ein, weil es verfehlt denn das Thema. Noch andere Krankheiten, ja. EEG-Veränderungen sind auch jetzt mit Annals of Neurology 2006 gefunden worden, dass die Spermien kaputt gehen, da komme ich noch drauf. Kopfschmerzen, da gibt es eine Dosiswirkungsbeziehung sogar, Sehstörungen, Hautkribbeln, Wärmegefühl am Ohr, Müdigkeit, Depressionen, Konzentrationsschwäche, Melatonin geht runter, da haben Sie gestern schon viel gehört drüber, Blutdruckerhöhung, Cholesterinerhöhung, interessanterweise auch. Mittlerweile sterben relativ viele Leute, jung, mit 40, am plötzenden Herztod. Das nimmt momentan zu. Die Durchblutung geht zurück, dann Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche, Tinnitus, Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Depressionen. Zum Thema Durchblutung. Kennen Sie alle die Dunkelfeldmikroskopie? Man weiß, dass die Oberfläche der Aerozotten, der roten Blutkörperchen, negativ geladen sind und die stoßen sich gegenseitig ab. Und wenn Sie mit dem Mobilfunkhandy telefonieren, dann gibt es diese Geldrollenbildung. Diese Ladung der Oberfläche nimmt ab und deswegen können die sich anziehen. Dann gibt es praktisch diese Kräfte, wo die sich zusammenballen. Und das Dumme ist, dass Sie Ihre Kapillaren damit verschließen. Ihre Durchblutung geht runter. Und das ist nicht nur so bei den Leuten, die telefonieren. Ich fahre relativ viel Bahn. Auch bei dem Passiv-Telefonieren geht es so. Wenn Sie 1,70 Meter Abstand haben, dann sehen Sie hier, bei dem Menschen hier, der meint, der könnte sich abschirmen, der liest Zeitung mit Ohrenstöpsel. Da kriegt er Geldrollenbildung und selbst nach 20 Minuten sehen Sie es noch. Bei dem hier, der telefoniert hier vor dem Telefonat, dann nach dem Telefonat hat er hier diese Geldrollenbildung und erst 40 Minuten nach dem Telefonat hat er wieder normale Ladungsverhältnisse von den roten Blutkörperchen. Das erreichen Sie gar nicht mehr heutzutage. Und wenn wir das halt wissen, das ist ein Bild vom Dietrich, beziehungsweise vom Berg, dass Ihre Kapillaren 400.000 Kilometer lang sind, Ihre Blutgefäße, wenn man sie aneinander reiht. Ich habe bis heute gehört, dass die Anzahl, also die Länge der Nervenfasern 150 Millionen Kilometer sind, noch viel mehr. Aber wenn Sie überlegen, dass 95% dieser Strecke, wo in Ihrem Körper, in einem Körper drinsteckt, Kapillaren sind, die 7 bis 10 Mikrometer breit sind, da passen die einfach nicht mehr durch, diese Würste von Erythrozyten. Dann geht die doch Blutung runter. Bis zu 10 Minuten nach Ihrem letzten Handygespräch stehen Sie unter erhöhtem Unfallrisiko. Das liegt nicht daran, dass Sie mit dem Handy abgelenkt sind, weswegen so viele Unfälle passieren. Viele Unfälle sind auf Handygespräche zurückzuführen, sondern einfach wegen der Strahlung. Die haben in England, vor allen Dingen in England, viele Studien dazu gemacht, die haben festgestellt, dass Ihre Reaktionszeit genauso schlecht ist, als wenn Sie 0,8 Promille haben im Blut. An Alkohol. Die Spermien gehen runter, die Pferdpflanzungsfähigkeit geht schon nach 5 Tagen Handy, Standbeibetrieb im Hosensack, geht es um 30% runter. In der aktuellen Studie, die jetzt 2006 herausgekommen ist, dass viele Telefonierer weniger Samenzellen haben. Und diese Samenzellen sind weniger beweglich, als die, die nie telefonieren. Der Professor sagt, früher haben wir mit Mikrowellen Geburtenkontrolle gemacht, heute telefonieren wir damit. Und jetzt kommt es noch interessant, warum hören Sie von dem Ganzen nichts? Also Ärzte sind in Deutschland zumindest mal angewiesen, auch in Österreich. Leute, die kommen und sagen, sie haben Angst vor Mobilfunkstrahlung oder sie haben Probleme durch Mobilfunkstrahlung, dass man die psychiatrisch diagnostiziert. Das heißt, sie bekommen eine psychiatrische Diagnose. Die werden in die Ecke der Hypochondrie gestellt. Und da gibt es einen ganzen Informationskomplott, sage ich mal so, da war ich vor drei Tagen genau in diesem Haus. Bis, weißt du das, Dietrich? Also genau im Infocenter hier am 15.11. war das. War hier eine zertifizierte medizinische Fortbildung für Ärzte. Mobilfunk und Gesundheit. Die machen eine Tour durch Deutschland und die waren eben vorgestern hier. Professor Mühlendal, den kenne ich von der Arbeit im Robert-Koch-Institut in Berlin. Der ist Vorsitzender von der Amagam-Kommission. Und ich habe zwei Jahre lang da versucht, dass ein Amagam-Verbot erwirkt wird. Jetzt haben die das alles wieder rausgekürzt. Also im Endeffekt kommt jetzt was raus. Amagam ist unschädlich. Hat jetzt zwei Jahre lang gedauert. Und das Ganze wird gesponsort vom Informationszentrum Mobilfunk e.V. Es denkt normalerweise der Arzt, das ist ja interessant, das ist ein Informationszentrum Mobilfunk, ein eintragender Verein, also irgendein Verein, wo sich das kümmert um die Informations-Thema, Mobilfunk. Nur müssen Sie wissen, dass in diesem Informationszentrum Mobilfunk e.V. Es sind nur Mobilfunkfirmen drin. Das bedeutet, die ganze Mobilfunkindustrie sponsort zertifizierte Ärzte Fortbildung zum Thema Mobilfunk und Gesundheit. Und diese Caroline Herr, die ist stellvertretende Direktorin von der Universität, also Umweltmedizin und Hygieneinstitut der Universität Gießen. Und die haben eine Ambulanz. Und die haben schon vor zehn Jahren diese Ambulanz gehabt. Und haben ganz viele Amagam-Patienten behandelt. Und haben festgestellt, die sind alle psychisch krank. Und jetzt haben Sie gerade den Trend, dass Sie ganz viele Mobilfunkgeschädigte behandeln. Über 200 hat sie schon gehabt. Und die haben alle gefunden, die haben eine so motoreforme Konversionsstörung. Also eine psychische Krankheit, eine psychische Ursache für diese Beschwerden. Also Kopf, Rekonzentration, Schlaflosigkeit usw. Die werden dann auch psychotherapeutisch behandelt, beziehungsweise psychiatrisch. Da gibt es gute Medikamente. Die Umsätze gehen da hoch. Also der Uli Weiner, der jetzt einer nur da sein wollte, der hat mit ihr mal Podiumsdiskussionen gehabt. Der Herr Schorb auch, Physiker, der hier anwesend ist, der sehr viel tut. Von ihm gibt es auch ein Video, wo er im Rieselfeld hier dieses Jahr gehalten hat. Einen sehr, sehr guten Vortrag. Im Rieselfeld gibt es eine Straße neben einer Schule. Diese Schule hat ein Mobilfunksender obendran. Und in diesem Rieselfeld, in dieser Straße, haben sie 25 Krebsfälle. Auch kleine Kinder mit Hirntumoren, mit Lioblastom. Ganz verrückt. Und nebendran der Kindergarten ist nur Spielplatz. Die halten sich nur da auf. Kleine Kinder mit Lioblastom ist verrückt. Und was sagt Freiburg, OB Freiburg dazu? Was sagt er dazu, zu dieser Häufung von Krebs? Also erstens, die Bayerische Zeitung hat aus diesen 25 Krebsfällen nur einen Krebsfall gemacht. Das zweite ist, offizielle Statements zu diesem Thema waren, ja das Rieselfeld war behindertengerecht oder ist behindertengerecht gebaut. Das heißt, wir haben hier einen hohen Prozentsatz von kranken und behinderten Menschen und deswegen haben sie mehr Krebspatienten. Das ist das Problem. Hier werden übrigens die ganzen Leute von medizinischen Diensten auch ausgebildet, Sozialmediziner. Sodass sie, wenn sie irgendwelche Rentenanträge oder Berufsfähigkeitsanträge stellen, genau in die richtigen Hände kommen. Und jetzt kommt es noch dazu, es gibt ja immer wieder Studien, die zeigen, dass es überhaupt kein erhöhtes Risiko ist bei Mobilfunk telefonieren oder schnurlos telefonieren. Aktuelles Beispiel, was dazu geführt hat, dass eine Bild-Zeitung drin war, dass Mobilfunk unschädlich ist oder auch in Fokus oder in Spiegel oder Süddeutsche Zeitung, ist diese Interfon-Studie, die in verschiedenen Ländern durchgeführt wird und wo man einfach Leute beobachtet, ob sie mehr Krebs bekommen, wenn sie mit dem Handy telefonieren. Und alle sagen, ja toll, das ist eine Interfon-Studie. Man muss ja wissen, 40% von dieser Interfon-Studie wird von der Mobilfunkindustrie finanziert. Das ist eine. Und das zweite, die Beobachtungsdauer war jetzt nur vier Jahre. Und die Mobilfunk, also die Handy-Telefonierer, man hat zwei Gruppen verglichen. Einmal die Leute, die mit dem Handy telefonieren und die, die nicht telefonieren, oder? Und dann guckt man, wer hat mehr Krebs? Aber wie Sie es hier gemacht haben, die Handy-Telefonieren waren die, die mehr wie zwei Telefonate pro Woche gehalten haben. Zwei Telefonate pro Woche und die anderen waren mit weniger wie zwei Telefonaten pro Woche. Jetzt müssen wir überlegen, wenn Sie so eine Studie machen zum Thema Lungenkrebs durch Rauchen, da können Sie sogar 20 Zigaretten pro Tag, also zwei Zigaretten pro Woche, ja, da können Sie 100 Jahre gucken, Sie werden nichts finden. Statistisch auf jeden Fall nicht. Und vier Jahre, viel zu kurz für die Entstehungszeit von Krebs. Und trotzdem sehen Sie, wie diese Medien, wie diese Industrie- und Medienverwicklung ganz gut funktioniert. Der Bevölkerung wird weiß gemacht, Mobilfunk ist unschädig. Und das wird auch von diesen ganzen medizinischen Gutachtern vor Gerichten so zitiert. Ist unschädig. Sie sehen, was das für ein Schwachsinn ist. Und dann kommt noch dazu, das kommt noch dazu, bei dieser Studie wurde nur geguckt, wer Mobilfunk telefoniert. Da wurde nicht geguckt, ob jetzt einer neben Mobilfunksender wohnt oder jemand noch so ein DCT-Strahlentelefon zu Hause hat. Kann ja sein, dass der, wo viel mit dem Mobilfunk-Handy telefoniert, im Funkloch wohnt, während der andere direkt neben dem Mobilfunksender wohnt. So kann man die Studie beeinflussen. Zum Thema Wasser. Homöopathie wird ja auch viel gemacht. Sie kennen das vom Emoto auch. Diese Kristallisationsbilder. Und das ist Vorstrahlung und Nachstrahlung jedes Mal. Und interessant ist besonders hier dieses. Also das ist Vorbestrahlung mit Handy und Nachbestrahlung. Sie sehen hier so eine Art Strichcode-Bildung. Sehen Sie das hier? Also irgendwie verändert es einfach die Cluster-Struktur vom Wasser. Wenn Sie wissen, wenn Sie Mikrowellen-Nahrung essen, viele machen das ja auch. Da gibt es ja auch Unterschiede. Ihr Blutbild wird 15 Minuten nach Aufnahme praktisch schon signifikant verändert gegenüber, wenn Sie Nahrung nehmen, was nicht aus dem Mikrowellenherd kommt. Das sind Forschungen von Lausanne, von der Professor Hertel, der dann hinterher verklagt wurde und rausgeflogen ist aus der Universität in der Schweiz. Man muss ja gelogen haben, oder? Bitte? Man muss ja gelogen haben, um den Städten zu verlieren. Ja, der hat so voll gelogen. Nein, es ist so, er wurde vom Europäischen Gerichtshof, hat er Recht bekommen. Und er müsste eigentlich sein ganzes Geld wieder zurückkriegen. Die Schweizer haben es bisher verweigert. Hier sind zwei Pflanzen. Eine Pflanze bekommt Mikrowellenwasser, also nicht heißes Wasser, sondern nur Mikrowellen erhitzt. Und dann wird er abgekühlt. Und das andere kriegt das reine, also gereinigtes Wasser. Und Sie sehen, am Tag 1 gibt es kein Problem. Tag 2, äh, Tag 3. Tag 5. Tag 7. Tag 9. Dieser Informationsgehalt vom Wasser muss irgendwie anders sein. Jetzt noch interessant zu den Bienen. Sie wissen, dieses Jahr kam in Science eine ganz heiße Studie raus. In Science. Eine von der höchsten wissenschaftlichen Zeitschriften. Dass in Europa etwa 80% aller Bienen weg sind. Die sind ausgestorben. 80% aller Bienen sind weg. Hier ein Zitat vom Imker. Es gibt einige, auch Prof. Dr. Wanke von der Universität im Saarland, der sich sehr gut auskennt mit den Bienen. Man muss ja wissen, dass in Europa gibt es nur dieses GSM-Netz. Das heißt, Sie haben hier die gepulste Strahlung. Wird verwenden. In den USA nicht. In den USA haben Sie analoge Strahlung. Seit 37 Jahren habe ich Bienen. Vor 5 Jahren, also 1998, hat mein Nachbar wegen seiner Schulden einen Sendemast errichten lassen. Unser Schlafzimmer ist 50 Meter entfernt. Im Mai 2002 starb meine Frau plötzlich an Herzrhythmusstörungen. Im selben Jahr versuchte ich vergeblich Ableger der Bienen zu machen. 2003 habe ich alle Völker verloren. Und es gibt einige Forschungen zum Thema Bienen. Die finden nicht mehr in ihre Stöcke zurück, zum Beispiel. Die haben sogenannte Magnetosomen im Kopf, wo sie sich am Erdmagnetfeld orientieren können. Die werden, wenn sie ein DCT-Telefon reinstellen, sind die innerhalb von 5 Jahren weg. Die werden auch aggressiv. Die stechen ihre eigene Königin zum Teil tot. Oder im Winter fliegen sie aus, obwohl sie genug Winterfutter haben und verfrieren dann bei der Beute. Es gibt viele rechtliche Aspekte. Also sprich, das heißt immer, wenn in der Gemeinde angefragt wird, wir wollen eine Mobilfunkmasten errichten, dann sagt der Bürgermeister immer, ja wir können ja nichts tun, die dürfen ja, die haben sogar einen Auftrag, die haben einen gesetzlichen Auftrag, eine volle, flächendeckende Versorgung zu machen. Das stimmt nicht. Das ist falsch, komplett falsch. Das ist das eine. Und es stimmt auch nicht, dass sie den Mobilfunkmasten nicht verhüten können. Das können sie schon. Und es gibt hier ein Video, wo auch eine Fachanwältin für Verwaltungs- und Baurecht drauf ist, Vortrag von ihr, wo diese ganzen rechtlichen Sachen auch noch drauf sind, was kann man tun vom Baurecht und so weiter, um Handymasten zu verhüten. Sie können auch innerhalb von einem Jahr, wenn der schon in Betrieb gegangen ist, noch klagen dagegen, emissionsschutzrechtlich, und haben gute Chancen, wenn sie einen guten Anwalt haben, das Ding abzubauen. Also wenn die Frau Bangert-Wachsmuth zum Beispiel als Rechtsanwältin auftritt, dann steckt die Mobilfunkindustrie vor schon, also die stecken auf. Die wissen schon ganz genau, da haben sie keine Chance. Da muss man dann gucken. Also wichtig ist auch, bevor so ein Mobilfunkcenter aufgebaut wird, das haben wir jetzt hier bei uns gemacht, soll man Gesundheitscheck-ups machen. Das bedeutet, dass man wenn der Turninspiegel morgens abnimmt, man weiß, da wo der Herr Gregor Wilz wohnt, in Vogt, da hat man diese Studie gemacht, da hat man vor Mobilfunkcenter in Betriebnahme und nach Mobilfunkcenter in Betriebnahme Melatonin-Spiegel gemessen. Melatonin, wissen Sie, was das alles macht? Also es hängt auf den Blutdruck und macht alles möglich, macht Regeneration und macht eine Schmermetall-Ausleitung zusammen mit OPC. Und die haben nach 14 Tagen gegen die durchschnittliche Melatonin-Spiegel um 87% zurück. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Und dann eine Familie ging raus und hat Urlaub gemacht, 14 Tage lang und dann ging es wieder hoch und sobald sie wieder zurückgekommen sind, ging es wieder runter. Und ich möchte einfach animieren, auf diesem DVD ist von diesem Zeug alles drauf. Dann gibt es vom Herr Schorb, vom Rieselfeld, einen sehr guten Vortrag, wo die ganzen physikalischen Grundlagen drauf sind. Er ist auch selber betroffen und hier habe ich einen Amalgam-Vortrag vor kurzem gehalten. Da ist auch Mobilfunk drin und das Neueste zum Thema Schwermetalle und Ausleitung. Gut. Dann vielleicht sind wir direkt bei den Kindern. Dieser Wirkstoff, den man kaum aussprechen kann, also Methyl, Euthylphenid Atythrochlorid. Vielleicht haben wir ein paar Ärzte und ein paar Apotheker, die können das. Für mich ist es ein Zungenbrecher. Das ist der Wirkstoff von Ritalin. Ritalin ist, denke ich, ein Begriff, wird gegeben für Kinder, wenn sie ADS und ADHS haben. Also das Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom und ADHS, die Steigerung davon. Und Sie sehen, viele Jahre war das in etwa gleich. Und Mobilfunk in Deutschland ist 92 gestartet, der digitale. Und zeitversetzt gibt es hier einen massiven Anstieg. Das kann natürlich auch noch andere Gründe haben. Es könnte sein, dass die mehr Werbung machen, war schon mal ein Grund. Aber das halte ich bei diesem starken Anstieg für nicht realistisch. Okay. Und generell erwartet zum Beispiel die Bundesregierung hier auch die Deutschen ein höheres Gesundheitsrisiko. Und wenn man das alles so sieht und sich das anschaut, dann fragt man sich natürlich, warum wird nicht gehandelt? Wir haben ja in dem ARD-Beitrag gesehen, wie die deutsche Regierung reagiert hat. Nämlich gar nicht. Und in Österreich kommt es wenigstens schon mal um 20 Uhr in der Zeit im Bild, was da dahinter steckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn eine Bundesregierung eine Warnung rausgibt, wir haben jetzt in Bayern Handyverbot an Schulen, seit, es ist das zweite Schuljahr, jetzt hat Italien nachgezogen mit Handyverbot an Schulen. Wenn solche Warnungen kommen, dann ist es eigentlich schon mehr als fünf nach zwölf, vielleicht schon halb eins. Wir haben auch WLAN-Verbot, also das digitale oder schnurlose Internet, strahlt ähnlich wie das schnurlose Telefon, was wir vorhin gesehen haben im Film, strahlt 24 Stunden, auch wenn keiner es benutzt oder telefoniert beziehungsweise im Internet surft. Und ich möchte wirklich heute mitgeben, wenn ihr heimkommt, schaut, was habt ihr zu Hause, was habt ihr für ein schnurlose Telefon? Es gibt verschiedene Techniken. Schaut, ob ihr es nicht ersetzen könnt, ob ihr nicht lieber zurückgeht auf das klassische Kabel. Es kann ja auch ein langes Kabel sein. Das ist wirklich das Einzige, was wirklich oder nachweislich 100% strahlungsfrei ist. Und wenn man mit den ganzen Sachen sich ein bisschen schwer tut, aber überlegt mal, das normale Festnetztelefon gibt es in vielen Regionen hier in Europa schon fast 100 Jahre und man hat nie Beschwerden gehabt. Das Handy gibt es seit 15 Jahren und es ist eine heftigste Diskussion überall zu dem Thema. Und ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, meldet das Handy ab, es bringt eigentlich nur Leid und Schaden. Und, ja, es ist wirklich so, also ich möchte es mal so sagen, ich mache ganz viele Vorträge an Schulen. Ich war letztes Jahr bei 25.000 Schülern im deutschsprachigen Raum. Ich mache das Ganze so Gott will und ich die Kraft habe, mache ich es, ja. Das müssen die haften, das wissen die Wenigsten. Bei uns im Dorf hat einer unterschrieben jetzt mit E-Plus einen Vertrag für 20 Jahre bekommt er 60.000 Euro für das, dass er ein Mobilfunksender oben drauf macht, weiß aber nicht, dass wenn jemand klagt wegen Schäden, dass er dran ist, laut, dann ist die Gemeinde die wohl im Hoheitsgebiet liegt. Was Sie aber machen können, Sie können Ihr Handy versichern, da gibt es ein Handyschutzbrief? Das ist wichtig anscheinend. Die österreichische Ärztekammer hat im September 2005 folgende Schlussfolgerung gezogen. Untersuchungen haben Auswirkungen auf die Gesundheit ergeben, wie etwa Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme bei Anwohnern von Handymasten. Auf allen wissenschaftlichen Nachweisebenen zeigen sich DNA-Schäden beziehungsweise erhöhtes Risiko für Tumoren. Also es ist nicht nur so ein paar Spinner sagen das, sondern das war die österreichische Ärztekammer. Es gibt Schäden durch Mobilfunk. Dabei geht es nicht nur um Hirntumore, Krebs und Blutbildveränderungen, sondern auch um genetische Störungen und andere Probleme. Eine Entwarnung ist absolut unhaltbar. Das sagt hier ein Dr. Carlo. Kennst du den? Ja. Der hat im Auftrag von der Mobilfunkindustrie eine Studie gemacht mit 27 Millionen Dollar wurde die finanziert. Das ist interessant, der Carlo hat im Auftrag von Marlboro Mitte der 90er Jahre eine Studie gemacht, wo er herausbekommen hat, dass Rauchen weniger schädlich oder keinen Krebs macht in Bezug auf Butterkeks essen. Diese Studie wurde immer zitiert dafür, dass Rauchen unschädlich ist. Das hat der Carlo gemacht. Und die Mobilfunkindustrie ist natürlich zu diesem Forscher gegangen, weil sie gedacht haben, ja gut, der lässt sich leicht einkaufen. Das Interessante ist nur, der hat das nicht gemacht, der hat im Endeffekt volle Warnung gegeben und soweit ich weiß, sitzt er jetzt in der Psychiatrie. Also, der wurde stark kritisiert, der durfte auch diese Ergebnisse lange Zeit nicht veröffentlichen, hat es dann aber doch gemacht und wird jetzt ziemlich bombardiert. Also, die haben einen riesen Millionenetat reingejagt, um diese Carlo-Ergebnisse dagegen zu arbeiten. Mobilfunksender sieht man manchmal. Einer, der den besten Review, also in medizinischer Sicht und physikalischer Sicht geschrieben hat, im Lancet, ist der Highland, und der sagt, wenn ein Handy ein Lebensmittel wäre, wäre es verboten. Auch interessant, dass Immobilien bis zu 50% weniger wert sind, wenn sie in der Nähe von Mobilfunkanlagen stehen, das heißt, ihr Haus können nur noch für die Hälfte vom Preis verkaufen, wenn überhaupt. Und ich weiß mittlerweile auch von Banken, die Hypothekenkredite verweigern. Wenn sie den Kaus kaufen wollen auf Kredit, sie bekommen keinen Kredit mehr. Wenn im Obel wenigstens schon mal um 20 Uhr in der Zeit im Bild, was da dahinter steckt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn eine Bundesregierung eine Warnung rausgibt, wir haben jetzt in Bayern Handyverbot an Schulen, es ist jetzt zweites Schuljahr, jetzt hat Italien nachgezogen mit Handyverbot an Schulen, wenn solche dann ist es eigentlich schon mehr als fünf nach zwölf, vielleicht schon halb eins. Wir haben auch WLAN-Verbot, also das digitale oder schnurlose Internet, strahlt ähnlich wie das schnurlose Telefon, was wir vorhin gesehen haben im Film, strahlt 24 Stunden, auch wenn keiner es benutzt oder telefoniert beziehungsweise im Internet surft. Und ich möchte wirklich heute mitgeben, wenn ihr heimkommt, schaut, was habt ihr zu Hause, was habt ihr für ein schnurloses Telefon zu Hause, es gibt verschiedene Techniken, schaut, ob ihr es nicht ersetzen könnt, ob ihr nicht lieber zurückgeht auf das klassische Kabel, es kann ja auch ein langes Kabel sein. Das ist wirklich das Einzige, was wirklich oder nachweislich 100% strahlungsfrei ist. Und wenn man mit den ganzen Sachen sich ein bisschen schwer tut, aber überlegt mal, das normale Festnetztelefon gibt es in vielen Regionen hier in Europa schon fast 100 Jahre und man hat nie Beschwerden gehabt. Das Handy gibt es seit 15 Jahren und es ist eine heftigste Diskussion überall zu dem Thema. Und ich kann wirklich jedem nur ans Herz legen, meldet das Handy ab, es bringt eigentlich nur Leid und Schaden. Und ja, es ist wirklich so, also ich möchte es mal so sagen, ich mache ganz viele Vorträge an Schulen, ich war letztes Jahr bei 25.000 Schülern im deutschsprachigen Raum, ich mache das ganz so Gott will und ich die Kraft habe, mache ich es. Aber ich muss aufpassen, so eine Aktion wie heute kostet mich ein, zwei Tage Bettruhe, da komme ich nicht drumherum, aber so gut es geht, mache ich es. Und mir ist es wirklich wichtig, denkt an die Kinder, die bekommen allein die Strahlung, die jetzt da ist, die jetzt als Passiv-Telefoner, jemand der diese Technik nicht nutzt, allein was jetzt da ist, und ich will es mal vielleicht, ich zeige es vielleicht auch mal kurz, aber man kriegt hier einen Schrock, das ist der Sender drüben auf dem Haus und der ist im roten Bereich, ein schnurloses Telefon hätte ich jetzt gar nicht vorführen können, weil das hätte man nicht mehr gehört, so laut ist das andere. Denkt an die Kinder, es ist ein Angriff auf die Familie, es ist ein Angriff aufs Leben, diese Technik, und es gibt nur einen Weg, dem zu begegnen, und es ist absolut konsequenter Verzicht, es gibt keinen anderen Weg. Die Mobilfunkindustrie geht ganz klar nach Zahlen, es geht ums Geld, um nichts anderes, es geht um Zahlen, und wenn allein ein Handy angemeldet ist, ich habe viele Leute, die sagen, ja, für einen Notfall und mal im Auto, ich weiß nicht, ob sie das wissen, das ist auch eine Lüge, es sterben mehr Menschen durch Handynutzung im Straßenverkehr, als über Notrufe gerettet werden. Das heißt, wenn man alle Handys abmeldet, haben wir noch weniger Verkehrstod. Es ist eine Studie des österreichischen Automobilclubs, also wer das nicht glaubt, kann auf mich zukommen, ich habe alles, Bildchen, Schrock. Das ist der Sender drüben auf dem Haus und der ist im roten Bereich, ich hätte euch ein schnurloses Telefon hätte ich jetzt gar nicht vorführen können, weil das hätte man nicht mehr gehört, so laut ist das andere. Denkt an die Kinder, es ist ein Angriff auf die Familie, es ist ein Angriff aufs Leben, diese Technik und es gibt nur einen Weg, dem zu begegnen und es ist absolut konsequenter Verzicht, es gibt keinen anderen Weg. Die Mobilfunkindustrie geht ganz klar nach Zahlen, es geht ums Geld, um nichts anderes, es geht um Zahlen und wenn allein ein Handy angemeldet ist, ich habe viele Leute, die sagen, ja für Notfall und mal im Auto, ich weiß nicht, ob sie das wissen, das ist auch eine Lüge, es sterben mehr Menschen durch Handynutzung im Straßenverkehr, als über Notrufe gerettet werden. Das heißt, wenn man alle Handys abmeldet, haben wir noch weniger Verkehrstod. es ist eine Studie des österreichischen Automobilclubs, also wer das nicht glaubt, kann auf mich zukommen, ich habe alles belegt, was ich hier sage. Und das Zweite ist, jetzt sind wir in den Bergen, wir haben die Lawinenrettung, wir haben die Bergwacht in den bayerischen Bergen, die kommen immer wieder und sagen, seit wir die Handys haben, haben wir nur Arbeit. Die Leute gehen alleine in die Berge, sie gehen spät in die Berge, sie fahren im Winter nicht zugelassene Pisten, so nach dem Motto, ich habe ja mein Handy dabei. Und es ist eine falsche, trügerische Sicherheit. Es ist keine Sicherheit. Und wie gesagt, es gibt nur einen konsequenten Verzicht, um dem zu begegnen. Ich weiß, dass es gerade für die jungen Leute vielleicht am Anfang nicht ganz so leicht sein wird. Ich habe die Phase schon hinter mir, also wer Tipps braucht, kann zu mir kommen. Also es gibt da Wege, auch im Geschäftsleben, auch als Jugendlicher, dass man wirklich seinen Handykonsum stark reduziert und dann mittelfristig ab, also ganz lässt am besten. Wir haben in Deutschland jetzt acht Mobilfunknetze, in der Schweiz ist es genauso. Die können alle irgendwo leben, zwar nicht mehr gut, die schreiben überwiegend rote Zahlen, aber noch haben sie genug. Und wenn der Verbraucher nicht mehr telefoniert, dann gibt es eine Chance. Also das will ich jetzt vielleicht damit abschließen auch. Ich kann noch, sicher noch stundenlang erzählen, aber der Iber steht schon auf, er möchte auch was sagen. Ich sage vielleicht noch abschließend dazu, die Ursache von all dem und das wissen viele hier viel besser als es sich weiß, ein Handy dient auch zur totalen Kontrolle. Das heißt, ihr müsst euch bewusst sein, wenn es Verfolgung gibt und die ist schon im Vorbereiten, ein einziger, der ein Handy hat, in zum Beispiel einer Geheimversammlung, ist ortbar und verrät alle anderen mit. Das muss man wissen. Ein Handy ist die totale Überwachung schlechthin. In Deutschland haben wir jetzt noch die Vorratsdatenspeicherung, in der Schweiz ist es mittlerweile auch so. Jedes Handygespräch, also mit wem hat man angerufen, wie lange hat man gesprochen, dann jede SMS, also beim Handygespräch, nur wen hat man angerufen, nicht den Inhalt. Die SMS wird mit Inhalt ein halbes Jahr gespeichert und das ganze Bewegungsprotokoll vom Bereich des Passivtelefonierens, also ihr kennt das vom Rauchen, Passiv rauchen, Passivtelefonieren, ist das Gleiche. Ich komme auch noch, das ist mir auch ganz speziell, dieses Passivtelefonieren, das geht jetzt ganz speziell dann auch um die Kinder. Da haben wir nämlich dann gleich den Angriff auf die Familie, damit läuft mir diese Technik. Okay, aber zuerst hatte ich Probleme, wenn andere in meiner Nähe telefoniert haben und ich habe halt dann, am Anfang war es so, wenn halt die Leute in die eine Richtung sind zum Telefonieren, dann bin ich halt in die andere. Das ging jahrelang oder ein, zwei Jahre wieder gut und dann begann es damit, wir waren auf einer großen Tagung in München, Hotel, auch so 2000 Leute, alles voll und auf einmal bekomme ich massive Sehstörungen, ich bekomme Herzrhythmusstörungen und bricht zusammen. Das war dann immer so lustig und dann habe ich natürlich zu den Kollegen erst mal gesagt, fahrt mich mal in den nächsten Wald, mal schauen, ob es da besser wird. Also das wusste ich schon, im Wald geht es vielleicht besser. Ich kam dann, konnte nach drei Tagen im Wald wieder Auto fahren, bin dann erst mal zum Arzt und der hat natürlich gesagt, Mensch, klingt nach Gehirntumor, also Verdacht auf Gehirntumor, ich war da knapp 23, 24, Verdacht auf Gehirntumor, nicht so spannend in dem Alter. Also erst mal sämtliche Untersuchungen, ich habe ganz, ganz viele ärztliche Untersuchungen hinter mir und das Ergebnis war dann, es können keine körperlichen Ursachen gefunden werden. Also sie haben alles durchgecheckt, es war nichts zu finden und ich war natürlich erst mal, ist es vielleicht psychisch, kommt dann der Gedanke, ist es eine lämonische Belastung, könnte sein. Also es kamen so ganz, ganz viele Geschichten und das war es alles nicht. Und ich habe halt dann gelernt, damit zu leben, ich habe halt mich dem etwas entzogen und das war erst mal gut, bis ich 2001 von der Flugreise zurückkam und dann wieder zusammengebrochen bin, diesmal am Frankfurter Flughafen mit entsprechenden Zuschauern, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich kam also ins Krankenhaus, die haben wieder alles durchgecheckt und nichts gefunden. Aber das Entscheidende war dann, nach drei Tagen kam der Chefarzt zu mir, sagt der Herr Weiner, wir sehen, wie schlecht es Ihnen geht, aber wir finden keine körperliche Ursache. Haben Sie eine Idee? Da habe ich mir gedacht, ja nett, der Chefarzt kommt zu mir, fragt mich, naja, weil ich ja jetzt der Spezialist bin und ich bin Funktechniker, aber mehr auch nicht und dann habe ich es ihm halt erklärt zu meinen Beobachtungen mit dem Funk. Und dann hat er gesagt, naja, also so richtig gehört habe ich das noch nicht, aber er will mal einen Spezialisten fragen. Und das eine habe ich mitgehört, er kam nach drei Tagen wieder und brachte mir eine Studie mit, Sie sehen es, deutsche medizinische Wochenschrift und jetzt schauen Sie mal aufs Datum. 5. August 1932. Als eingefleischter Funktechniker habe ich natürlich gleich gedacht, 1932 gab es noch keine Handys. Das war auch richtig, aber man sieht es jetzt hier schon, es gab ganz starke Sender im Kurzwellenbereich, also wie der vorhin erwähnte Sender in Schwarzenburg zum Beispiel. So, und die haben also da Forschungen gemacht in den 30er Jahren zum Funk. Mehr haben wir dann schon gehört, wie weit die Deutschen dann auch waren Ende der 40er Jahre in Bezug auf Ungefährliches. Das war immer sein Spruch, aber wie gesagt, junge Leute, da rein, da wieder raus. Und in dem Zusammenhang ist es wieder eingefallen und dann habe ich angefangen, Selbstversuche zu machen. Ich habe schon mal gesagt, okay, heute wird mal nicht telefoniert, wie füllst du dich dann? Alles klar, hat funktioniert. Dann habe ich wieder absichtlich viel telefoniert, habe gesagt, wie fühle ich mich dann? Wie kann ich arbeiten? Wie ist meine Arbeitsleistung? Wie ist meine Konzentrationsleistung? Und die war dann entsprechend schlecht. Das waren so die ersten Symptome und das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, Handy kommt mir raus. Ich habe die ganze Firma umstrukturiert, wir hatten einen großen Außendienst, aber das war alles gar kein Problem. Wir haben, dann damals kam noch eine neue Technik, die ihr heute auch größtenteils alle kennt, denke ich mal, das Internet und wir konnten da sehr viel umstrukturieren. Aber das, also es geht auch ohne Handy, das habe ich dann auch mehrfach bewiesen über viele Jahre. Okay, für mich war das Thema Handy damals dann erst einmal zu Ende, aber es ging weiter. Es kam damals dieser Handy-Boom, es kam, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, in Deutschland war das zum Beispiel, eine Million neue Kunden pro Monat. Also es gab keinen, oder gab es heute keine wirtschaftliche Entwicklung oder keine Neuheit, die so rasanten Absatz gefunden hat wie das Handy. und damals kamen eben, wie gesagt, eine Million neue Kunden pro Monat dazu. Das sind Zahlen, wie gesagt, die man sich kaum vorstellen kann und entsprechend begann es natürlich dann damit, dass die Handys überall da waren. Und wenn ich natürlich, gerade im Geschäftsleben, wenn ich dann zu einem Vortrag gegangen bin oder zu einer Fortbildung, es waren immer Leute mit Handys und das war am Anfang erst auch mal kein Thema, aber es begann dann damit, dass ich gemerkt habe, wenn andere Leute in meiner Nähe telefonieren, habe ich die gleichen Probleme. Also Nähe heißt, damals waren das vielleicht 15, 15 Meter. Also wir kommen da jetzt in den Bereich des Passivtelefonierens. Also ihr kennt das vom Rauchen, Passivrauchen, Passivtelefonieren ist das Gleiche. Ich komme auch noch, das ist mir auch ganz speziell, dieses Passivtelefonieren, das geht jetzt ganz speziell dann auch um die Kinder. Da haben wir nämlich dann gleich den Angriff auf die Familie, damit läuft mir diese Technik. Okay, aber zuerst hatte ich Probleme, wenn andere in meiner Nähe telefoniert haben. Und ich habe halt dann, Anfang war es so, wenn halt die Leute in die eine Richtung sind zum Telefonieren, dann bin ich halt in die andere. Das ging jahrelang oder ein, zwei Jahre wieder gut. Und dann begann es damit, wir waren auf einer großen Tagung in München, Hotel, alles, auch so 2000 Leute, alles voll und auf einmal bekomme ich massive Sehstörungen, ich bekomme Herzrhythmusstörungen und bricht zusammen. Dann, das war dann immer so lustig und dann habe ich natürlich zu den Kollegen erst mal gesagt, fahrt mich mal in den nächsten Wald, mal schauen, ob es da besser wird. Also das wusste ich schon, im Wald geht es vielleicht besser. Kam dann, konnte nach drei Tagen im Wald wieder Auto fahren, bin dann erst mal zum Arzt und der hat natürlich gesagt, Mensch, klingt nach Gehirntumor. Also Verdacht auf Gehirntumor. Ich war da knapp so 23, 24, Verdacht auf Gehirntumor, nicht so spannend in dem Alter. Also erst mal sämtliche Untersuchungen. Ich habe ganz, ganz viele ärztliche Untersuchungen hinter mir und das Ergebnis war dann, es können keine körperlichen Ursachen gefunden werden. Also sie haben alles durchgecheckt, es war nichts. Rauchen. Ja, und es gibt Kleine, die genetisch bedingt einen kleinen Hahn haben. Das sind die mit 40 am Raucherkrebs sterben. Und dann kommen noch die Belastungen, Zyriebelastungen, Stress, Zahnherde, eben diese Umwelteinflüsse wie Mobifunk. Und wir versuchen praktisch eine Therapie, einfach mit einem Eimer das Zeug wieder abzuschöpfen und versuchen hier ein bisschen größer zu machen, wobei das ist nur beschränkt möglich. So, jetzt sehen Sie mal hier von der Schweiz eine Statistik von der Diagnosezahl aus Schweizer Arztpraxen von 1993 bis 2002. Und das sind psyrische Krankheiten, Krankheiten der Nerven und Sinnesorgane, Stoffwechselkrankheiten, Unfälle und Gewalt, Hautkrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufgezeichnet über die Zeit. Und Sie sehen hier von 1993 bis 1997 war das alles so mehr oder weniger gleich und stieg dann ab 1997 sehr stark an für die meisten Erkrankungen. Jetzt könnte man ja denken, Schuld daran sind die Ärzte, weil es gibt Statistiken, je mehr Ärzte Sie haben, desto mehr Kranken haben Sie auch. Ärzte und Medizin sind in den USA die dritthäufigste Todesursache. Jammer. Oder? Ist das hier sicher ähnlich? Hat hier keiner geguckt? Ich habe mir schon geguckt, auf jeden Fall hat man hier die Arztzahlen, die haben zugenommen, aber die haben hier auch schon zugenommen. Und hier hat man nicht nur Mobifunk, also in der Schweiz Nattel eingeführt, sondern eben auch diese Schnullostelefone. Und man muss auch wissen, dass in der Schweiz hundertmal geringere Grenzwerte gelten wie in Deutschland. Studienlage ganz neu aus Bern, Professor Rössli und Kollegen 2006, die haben eine Analyse von Studien gemacht über Mobifunk und Effekte und fanden bei 56% aller Studien, dass ein Effekt rauskommt, also ein Schädinger-Effekt. Und interessant ist, dass die von der Mobilfunkindustrie geförderten Studien nur 29% einen Effekt finden, während unabhängige Studie fast in 70% der Fälle einen medizinischen Effekt finden. Zum Thema Krebs. Diese NILA-Studie, kennen Sie die? Haben engagierte Ärzte so nebenher einfach mal so eine kleine Studie in der Stadt NILA gemacht und haben zwei Kreise eingezogen. Einmal Leute, die um 400 Meter rum um ein Mobilfunkcenter leben und Leute außerhalb und hat einfach die Krebspatienten angeguckt. Wie viele kommen da? Dann haben Sie die ersten fünf Jahre überhaupt nichts festgestellt. Es gibt keinen Unterschied. Fünf Jahre lang gab es keinen Unterschied zwischen Krebshäufigkeit bei den Mobilfunkcenter-Bewohnern und bei denen, wo außerhalb wohnen. Aber vom fünften bis zum zehnten Jahr dann heißt das immer, die Grenzwerte werden eingehalten. Punkt. Und da kann man nichts mehr sagen, das steht man da mit dem offenen Mund. Grenzwerte sind eingehalten. Schon gemacht? Ah, okay. Da brauche ich nichts mehr sagen mit der Erwärmung. Nein, wir haben nicht viel Zeit. Deswegen. Ja, die machen nur die Erwärmung. Das wäre das Gleiche, wenn Sie radioaktive Strahlung nehmen und den Körper nur einen Grad erwärmen über 30 Minuten. Habt ihr alles schon gemacht? Ja. Okay, okay. Und das habt ihr auch schon gemacht, die Grenzwerte, die in Deutschland gelten und die biologischen wirken. Also, wenn man mal das D-Netz sieht, da gibt es einen Grenzwert in Deutschland, der 4,5 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter sind. Das sind Leistungsflussdichten. Da sehen wir nachher noch mal was Interessantes. Und der Schweizer Grenzwert ist schon mal 100 Mal niedriger. Dann, da wo der Herr Schröder immer Urlaub gemacht hat, haben Sie 660. Also in Deutschland gelten 4,5 Millionen. Salzburger Vorsorgewert für Ihnen ist ein Mikrowatt. Sie haben hier einen Grenzwert von 4,5 Millionen. Und Empfehlungen für den Schlafbereich sind kleiner 0,1 Mikrowatt pro Quadratmeter. Und biologische Wirkungen sind nachgewiesen schon bei 0,2 Mikrowatt. Hier sehen Sie bei 1600 Mikrowatt schon Motorik und Gedächtnisstörungen bei Kindern. Bei 1000 Mikrowatt Öffnung der Blut-Hirn-Schranke. 900 Mikrowatt Störungen des Immunsystems. Bei 800 Mikrowatt Calcium-Ionen können nicht mehr richtig fließen. Auch die Veränderung der Zellmembran. Und Sie müssen es noch mal vor Augen halten. In Deutschland gelten für das D-Netz 4,5 Millionen Mikrowatt als Grenzwert. Ich sage es einfach nochmal so. Schauen Sie mal den Unterschied an. Jetzt wird es interessant. Sie haben die volle Empfangsanzeige am Handy bei 0,01 Mikrowatt pro Quadratmeter. Zeigt das Handy an volle Power. Und Sie können noch bei 0,001 Mikrowatt mit dem Handy telefonieren. Jetzt fragen Sie sich warum sind die Grenzwerte so hoch? Weiß das jemand? Der Mobilfunk ist kein Mobilfunk mehr sondern Hausfunk. Die hauen im Außenbereich so hohe Leistungen rein damit sie auch durch baubiologische Häuser durchkommen damit sie hier hier können sie auch noch mit dem Handy telefonieren. Obwohl sie tolle Abschirmung haben und hier metallbedampfte Fenster. Das geht nur wenn sie draußen eine hohe Leistung haben. Natürliches Vorkommen gegenüber dem Grenzwert ist wenn man es mal veranschaulicht Unterschied von einer Billion das heißt ein Zentimeter gegenüber 250-facher Erdumfang. Da muss man sich mal von Augen führen das ist schon verrückt. Sie einfach eine Scheinbestrahlung das war eine Studie die über 14 Zentren in ganz Europa verteilt durchgeführt wurde Doppelblind das heißt die Versuchsleiter wussten nicht ob sie jetzt eine Probe haben wo bestrahlt wurde oder nicht das war per Zufall und die haben einheitlich festgestellt dass wenn sie Gammastrahlung haben das sieht man jetzt hier gar nicht so gut also hier wurde gar nicht bestrahlt Sie sehen hier einfach nur ein Lichtfleck in der Mitte hier wurde Gamma bestrahlt also radioaktiv bestrahlt Sie sehen hier einzelne Fetzen wie so ein Komet deswegen heißt das so und Sie sehen hier E-Netz 1,3 Watt pro Kilogramm ich glaube zwei sind zugelassen also das heißt unterhalb von dem was Sie am Handy beim Telefonieren abbekommen Sie sehen keinen Unterschied zwischen Gamma-Strahlung und Mobilfunkstrahlung was die DNA-Schäden betrifft also Erbgutschäden schon lustig oder? Professor Löscher keine Firma der Welt entwickelt ein Arzneimittel das bei Tieren Krebs auslöst und sagt dann wie das Bundesamt für Strahlenschutz die Handyherstellung und die Mobilfunkindustrie das werde bei Menschen schon nicht auftreten Mitochondrien ich glaube ich gehe mal drüber weil im Krebsgeschehen spielen die Mitochondrien eine zentrale Rolle man weiß dass diese Mikrowellenstrahlung das ist für die Insider zu einer Polarisierung von Stickoxid führt Stickoxidmoleküle und Sauerstoff und Elektronen rausschlägt der Spinn wird auch geändert so dass sie freie Radikale erzeugen damit und damit die freie Radikalbelastung im Körper stark erhöhen und wenn sie schon vorgeschädigt sind durch andere Sachen wie zum Beispiel Amalgam oder zu viel schlechtes Nahrungsmittel zu wenig Vitamine dann kann es sein dass sie empfindlicher auf Elektrosmog reagieren Mitochondrien haben sie etwa fast 1500 pro Zelle drin die Oberfläche ihrer Mitochondrien sind 100.000 Quadratmeter wie groß ist deine Wohnung wie viele Quadratmeter hat die 100 oder 150 das sind 100.000 das ist tausendfache da gehe ich jetzt aber nicht ganz genau ein weil es fehlt denn das Thema noch andere Krankheiten EEG-Veränderungen sind auch jetzt mit Annals of Neurology 2006 gefunden worden dass die Spermien kaputt gehen da komme ich noch drauf Kopfschmerzen da gibt es eine Dosiswirkungsbeziehung sogar Sehstörungen Hautkribbeln Wärmegefühl am Ohr Müdigkeit Depressionen Konzentrationsschwäche Melatonin geht runter da haben sie gestern schon viel gehört drüber Blutdruckerhöhung Cholesterinerhöhung interessanterweise auch mittlerweile sterben relativ viele Leute jung mit 40 am plötzeren Herztod das nimmt momentan zu die Durchblutung geht zurück dann Schlafstörungen Konzentrationsschwäche Tinnitus Kopfschmerzen Herzrhythmusstörungen Depressionen wegen seiner Schulden einen Sendemast errichten lassen unser Schlafzimmer ist 50 Meter entfernt im Mai 2002 starb meine Frau plötzlich am Herzrhythmusstörungen im selben Jahr versuchte ich vergeblich Ableger der Bienen zu machen 2003 habe ich alle Völker verloren und das ist es gibt einige Forschungen zum Thema Bienen die finden nicht mehr ihre Stöcke zurück zum Beispiel die haben sogenannte Magnetosomen im Kopf wo sie sich am Erdmagnetfeld orientieren können die werden wenn sie ein DCT-Telefon reinstellen sind die innerhalb von fünf Jahren weg die werden auch aggressiv die stechen ihre eigene Königin zum Teil tot oder im Winter fliegen sie aus obwohl sie genug Futter haben Winterfutter und verfrieren dann bei der Beute es gibt viele rechtliche Aspekte also sprich das heißt immer wenn in der Gemeinde angefragt wird wir wollen eine Mobilfunkmast errichten dann sagt der Bürgermeister immer wir können ja nichts tun die dürfen ja die haben sogar einen Auftrag die haben einen gesetzlichen Auftrag eine volle flächendeckende Versorgung zu machen das stimmt nicht ist falsch komplett falsch das ist das eine und es stimmt auch nicht dass sie Mobilfunkmasten nicht verhüten können das können sie schon und es gibt hier ein Video wo auch eine Fachanwältin für Verwaltungs- und Baurecht drauf ist Vortrag von ihr wo diese ganzen rechtlichen Sachen auch noch drauf sind was kann man tun vom Baurecht und so weiter um Handymasten zu verhüten sie können auch innerhalb von einem Jahr wenn der schon in Betrieb gegangen ist noch klagen dagegen emissionsschutzrechtlich und haben gute Chancen wenn sie einen guten Anwalt haben das Ding abzubauen also wenn die Frau Bangert-Wachsmuth zum Beispiel als Rechtsanwältin auftritt dann steckt die Mobilfunkindustrie vor schon alles in die also die stecken auf die wissen schon ganz genau da haben sie keine Chance da muss man dann gucken also wichtig ist auch bevor so ein Mobilfunkcenter aufgebaut wird das haben wir jetzt hier bei uns gemacht soll man Gesundheitscheckups machen ja das bedeutet dass man Melatoninspiegel morgens abnimmt man weiß da wo der Herr Gregor Wils wohnt in Vogt da hat man diese Studie gemacht da hat man vor Mobilfunkcenter in Betriebnahme und nach Mobilfunkcenter in Betriebnahme Melatoninspiegel gemessen Melatonin wissen sie was das alles macht also es hängt auf den Blutdruck und macht alles möglich macht Regeneration und macht eine Schmermetallausleitung zusammen mit OPC und die haben nach 14 Tagen ging die durchschnittliche Melatoninspiegel um 87% zurück das ist Wahnsinn das ist absoluter Wahnsinn und dann eine Familie ging raus und hat Urlaub gemacht 14 Tage lang und dann ging es wieder hoch und sobald sie wieder zurückgekommen sind ging es wieder runter und ich möchte einfach animieren auf diesem DVD ist von diesem Zeug ein Unterschied von einer Billion das heißt ein Zentimeter gegenüber 250-facher Erdumfang das muss man sich mal von den Augen führen das ist schon verrückt gut dass diese Grenzwertgebung eigentlich negativ bewertet wurde von verschiedenen Fachleuten auch hier im Auftrag von der neuseeländischen Regierung der Professor Sherry hat das ganz klar gesagt das sollte für die Allgemeinbevölkerung unter 1000 Mikrowatt eingehalten werden schauen Sie nochmal den Grenzwert 4,5 Millionen bei UMTS sind es 10 Millionen Mikrowatt nochmal als Beispiel was Grenzwerte wie den Bar die sind und das gilt nicht nur für Mobilfunk sondern Sie wissen es auch beim Amalgam beim Quecksilber beim Blei seit 1900 weiß man dass Asbest krank macht 1936 wurde Asbestose erstmals als Berufskrankheit anerkannt und erst 1995 wurde praktisch Asbest verboten ja man weiß seit fast 100 Jahre hat es gedauert bis man wusste die Schäden und 100 Jahre hat es gedauert bis man es verboten hat und Sie sehen die Grenzwerte 1973 galten noch als sichere Grenzwerte 3 Millionen Asbestfasern pro Kubikmeter und das ging dann runter bis jetzt die WHO empfiehlt 200 Fasern wenn es jetzt Automechaniker waren und die Bremsen nicht mehr ausgeblasen haben 1972 und haben Lungenkrebs gekriegt dann sind Sie nicht arbeitsrechtlich nicht als berufskrank anerkannt worden weil die Grenzwerte immer schön eingehalten wurden Sie sehen es verändert sich alles die Wahrheit von heute ist der Irrtum von morgen dazu sagt der Vorsitzende dieser Grenzwertkommission wenn man die Grenzwerte reduziert dann macht man die Wirtschaft kaputt dann wird der Standort Deutschland gefährdet wobei Deutschland natürlich auch noch weltweit mit die höchsten Grenzwerte überhaupt hat das ist jetzt interessant warum das so ist Schneidsee dieser Fernsehsender stand schon lange da es gibt einen Bauer hier der hat viele Rinder und ab 1995 war es glaube ich kam ein D-Netz drauf und ab da hat er festgestellt dass er erstmal viele Totgeburten hat und Missbildungen Sie sehen hier dass hier die Knochen abgeknickt sind oder die Hinterbeine auf dem Rücken drauf von einem Kalb Totgeburten mit ohne Augen also ohne Augen oder hier Euterentzündung viele Tiere sind eingegangen das wurde auch untersucht offiziell heißt der hat falsche Futter verwendet aber wenn Sie die Professoren die das untersucht haben da war auch Professor Käß glaube ich dabei von der Bundeswehr relativ interessant war weil bisher die Leute die Mobilfunksender aufs Dach gebaut haben haben gedacht okay ich bekomme sehr viel Geld dafür wenn ich so ein Mobilfunksender aufs Dach mache und zum Zweiten ich werde nicht bestrahlt vom Nachbar sondern ich strahle zum Nachbar rüber das stimmt nicht Sie bekommen auch unterhalb des Mobilfunksenders im Haus Spitzen die sehr hoch sind das waren Messungen die glaube ich vom Bundesamt für Strahlenschutz sogar gemacht wurden und hier bei Chip veröffentlicht waren das sind die verschiedenen Frequenzen die Sie haben das ist nicht so wichtig die haben aber alle noch also D-Netz E-Netz UMTS D-CT-Telefone haben Sie vorgesehen wie das Puls WLAN geht noch höher im Gigahertz Bereich und die haben alle noch eine Taktfrequenz 217 oder 100 die 100 Hertz scheinen etwas gefährlicher zu sein wie die 217 Hertz aber es reicht auch schon aus und wie vorher auch gesagt WLAN wird getaktet mit 10 Hertz also 10 Mal pro Sekunde kommt ein Impuls raus die Handystrahlung liegt praktisch in der Nähe vom Mikrowellenherd Sie sehen hier einfach mal ein Spektrum von elektromagnetischen Strahlungen hier sind die niederfrequenten Strahlungen hier sind die hochfrequenten Strahlungen da ist auch Radio dabei und Sie kommen dann in den Infrarotbereich und hier haben Sie das sichtbare Licht bis zur radioaktiven Strahlung und analog und gepulst ist klar was da der Unterschied ist haben Sie das schon gemacht wahrscheinlich oder analoge Strahlung es wird ja immer argumentiert ja wir haben ja früher analoge Strahlung gehabt mit dem C-Netz und da waren die Leistungen viel höher und jetzt haben wir gepulst und die Leistungen sind niedriger Sie machen analog bedeutet Sie haben kontinuierlich eine Belastung hier zum Beispiel Sie haben eine Welle und die wirkt dauernd ein und dann können Sie Ihre Informationen auf zwei Arten übertragen entweder machen Sie Amplitudenmodulation oder Frequenzmodulation das sehen Sie ab und zu auf Ihren Radios da steht FMAM haben Sie schon mal gesehen so ein Schalter einmal haben Sie Mittelwelle und einmal haben Sie UKW und jetzt kommt die Pulsmodulation das heißt Sie machen einfach einen kurzen Puls und da haben Sie die Informationen drin das heißt was ich Ihnen vorgesagt habe das DECT-Telefon dieses Schnurrlost-Telefon hat eine Pulsmodulation von 100 Mal pro Sekunde kommt so ein Impulspaket und innen drin verpackt ist eine Frequenz von 1800 Megahertz ja 1800 Megahertz Millionen her mal pro Sekunde sind da diese Dinger drin und ich vergleiche das immer gerne ach so wenn Sie den Mittelwert machen ja den Mittelwert der es wird interessant Sie haben die volle Empfangsanzeige am Handy bei 0,01 Mikrowatt pro Quadratmeter zeigt das Handy an volle Power und Sie können noch bei 0,001 Mikrowatt mit dem Handy telefonieren jetzt fragen Sie sich warum sind die Grenzwerte so hoch weiß das jemand der Mobilfunk ist kein Mobilfunk mehr sondern Hausfunk die hauen im Außenbereich so hohe Leistungen rein damit sie auch durch baubiologische Häuser durchkommen damit Sie hier hier können Sie auch noch mit dem Handy telefonieren obwohl Sie tolle Abschirmung haben und hier metallbedampfte Fenster das geht nur wenn Sie draußen hohe Leistung haben natürliches Vorkommen gegenüber dem Grenzwert wenn man es mal veranschaulicht Unterschied von einer Billion das heißt ein Zentimeter gegenüber 250-facher Erdumfang das muss man sich mal von Augen führen das ist schon verrückt Gut dass diese Grenzwertgebung eigentlich negativ bewertet wurde von verschiedenen Fachleuten auch hier im Auftrag von der neuseeländischen Regierung der Professor Sherry hat das ganz klar gesagt es sollte für die Allgemeinbevölkerung unter 1000 Mikrowatt eingehalten werden schauen Sie nochmal den Grenzwert 4,5 Millionen bei UMTS sind es 10 Millionen Mikrowatt nochmal als Beispiel was Grenzwerte wie dehnbar die sind und das gilt nicht nur für Mobilfunk sondern Sie wissen es auch beim Amalgam beim Quecksilber beim Blei seit 1900 weiß man dass Asbest krank macht 1936 wurde Asbestose erstmals als Berufskrankheit anerkannt und erst 1995 wurde praktisch Asbest verboten ja man weiß also fast 100 Jahre hat es gedauert bis man wusste die Schäden und 100 Jahre hat es gedauert bis man es verboten hat und Sie sehen ja die Grenzwerte 1973 galten noch als sichere Grenzwerte 3 Millionen Asbestfasern pro Kubikmeter und es ging dann runter bis jetzt die WHO empfiehlt 200 Fasern wenn es jetzt Automechaniker waren und die Bremsen immer ausgeblasen haben 1972 und haben Lungenkrebs gekriegt dann sind Sie nicht arbeitsrechtlich nicht als berufskrank anerkannt worden weil die Grenzwerte immer schön eingehalten wurden Sie sehen es verändert sich alles die Wahrheit von heute ist der Irrtum von morgen dazu sagt der Vorsitzende dieser Grenzwertkommission wenn man die Grenzwerte reduziert dann macht man die Wirtschaft kaputt dann wird der Standort Deutschland gefährdet wobei Deutschland natürlich ordnet dass die Spermien kaputt gehen da komme ich noch drauf Kopfschmerzen da gibt es eine Dosiswirkungsbeziehung sogar Sehstörungen Hautkribbeln Wärmegefühl am Ohr Müdigkeit Depressionen Konzentrationsschwäche Melatonin geht runter da haben Sie gestern schon viel gehört drüber Blutdruckerhöhung Cholesterinerhöhung interessanterweise auch mittlerweile sterben relativ viele Leute jung mit 40 am Plötzeren Herztod das nimmt momentan zu die Durchblutung geht zurück dann Schlafstörungen Konzentrationsschwäche Tinnitus Kopfschmerzen Herzrhythmusstörungen Depression zum Thema Durchblutung kennen Sie alle die Dunkelfeldmikroskopie man weiß dass die Oberfläche der Aerozotten der roten Blutkörperchen negativ geladen sind und die stoßen sich gegenseitig ab und wenn Sie mit dem Mobilfunkhandy telefonieren dann gibt es diese Geldrollenbildung diese Negativ-Ionisie also Ladung der Oberfläche nimmt ab und deswegen können die sich anziehen dann gibt es praktisch diese Kräfte wo die sich zusammenballen und das Dumme ist dass Sie Ihre Kapillaren damit verschließen Ihre Durchblutung geht runter und das ist nicht nur so bei den Leuten die telefonieren ich fahre relativ viel Bahn auch bei dem Passiv-Telefonieren geht es so wenn Sie 1,70 Meter Abstand haben dann sehen Sie hier bei dem Menschen hier der meint der könnte sich abschirmen der liest Zeitung mit Ohrenstöpsel da kriegt er Geldrollenbildung und selbst nach 20 Minuten sehen Sie es noch bei dem hier der telefoniert hier vor dem Telefonat dann nach dem Telefonat hat er hier diese Geldrollenbildung und erst 40 Minuten nach dem Telefonat hat er wieder normale Ladungsverhältnisse von den roten Blutkörperchen das erreichen Sie gar nicht mehr heutzutage und wenn wir das halt wissen das ist ein Bild vom Dietrich beziehungsweise vom Berg dass Ihre Kapillaren 400.000 Kilometer lang sind Ihre Blutgefäße wenn man sie aneinander reiht ich habe bis heute gehört dass die Anzahl also die Länge der Nervenfasern 150 Millionen Kilometer sind noch viel mehr aber wenn Sie überlegen dass 95% dieser Strecke wo in Ihrem Körper in einem Körper drinsteckt Kapillaren sind die 7 bis 10 Mikrometer breit sind da passen die einfach nicht mehr durch diese Würste von Erythrozyten dann geht die doch Blutung runter ja bis zu 10 Minuten nach Ihrem letzten Handy Gespräch stehen Sie unter erhöhtem Unfallrisiko das liegt nicht daran dass Sie mit dem Handy abgelenkt sind weswegen so viele Unfälle passieren viele Unfälle sind auf Handy Gespräche zurückzuführen sondern einfach wegen der Strahlung die haben in England vor allen Dingen in England viele Stunden dazu gemacht die haben festgestellt dass ihre Reaktionszeit genauso schlecht ist als wenn sie 0,8 Promille haben im Blut an Alkohol die springt sofort auf Vollanschlag und wir haben ein ganz starkes Brummel also das bedeutet diese Station von dem Schnurrlust-Telefon sendet jetzt 24 Stunden hat gesehen das Handteil liegt auf der Station das heißt es wurde nicht benutzt seinen Körper stärkt Weiner vor dem Verlassen des Funklochs mit intravenöser Zufuhr von Vitamin C und Calcium um die Strahlenbelastung so länger aushalten zu können bewiesen ist dass diese einem immer größer werdenden Teil der Menschheit schadet die skandinavischen Länder haben diesbezüglich bereits Maßnahmen gesetzt da ist diese Krankheit oder dieses Phänomen bekannt dort ist es eine anerkannte Behinderung die Menschen haben dort ein Recht in funkfreien Gebieten zu leben bekommen Rente und werden auch so gut versorgt also die Länder die den Mobilfunk schon länger haben sind da durchaus schon viel weiter erste Studien aus Schweden zeigen dass eine Nutzungszeit von zehn Jahren mit einem etwa dreifach erhöhten Risiko für bösartige Gehirntumoren verbunden ist das heißt hier hat dafür dass die Nutzung dieser Technologie zu ersten Störungen und Krankheit führt Ulrich Weiner geht seinen Weg weiter und informiert über ein offensichtlich kleines Kommunikationsproblem welches für die Menschheit einmal ein ganz großes werden könnte also das vielleicht so ein kleiner Eindruck kann man natürlich gleich sagen wie man es positiv sieht bis an den schönsten Plätzen Deutschlands in dem Fall war sogar eines der schönsten Funklöcher in Dolomiten aber wenn man immer nur im Wald ist dann ist es nicht ganz so einfach jetzt will ich vielleicht noch ein paar Punkte sagen mir geht es eben um die Kinder ich will jetzt mal weiter gehen jetzt kommt natürlich immer gleich die nächste Frage wenn man das seit 32 weiß wie schaut es denn heute aus Sie haben ja den Fernsehbeitrag am Anfang von ARD gesehen vom ersten deutschen Fernsehen also man weiß sehr sehr viel also auch die Elektrosensibilität ist anerkannt es gibt den hier in der ICD die internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme also wenn Ärzte unter uns sind nach dem müssen zum Beispiel die deutschen Ärzte abrechnen und da gibt es diesen Punkt Z58 also es ist bekannt und ja wann kommt man dazu oder wie entwickelt sich das das will ich mal ganz kurz zeigen das ist ein bisschen wir nennen ihn mal ein Funkmichel aus München also viele Leute bekommen über Nacht eine Funkbelastung in dem Fall eher vom Fenster viele Menschen wissen gar nicht wie so ein Mobilfunksender aussieht und werden aber trotzdem krank Tiere und Pflanzen wissen auch nicht wie so ein Sender ausschaut und werden auch krank also damit ist die psychologische Seite immer sehr leicht auszuschließen gut im Wesentlichen unterscheidet die Umweltmedizin eigentlich unter drei Typen ich will das mal kurz zeigen anerkannt wurden weil die Grenzwerte immer schön eingehalten wurden Sie sehen es verändert sich alles die Wahrheit von heute ist der Irrtum von morgen dazu sagt der Vorsitzende dieser Grenzwertkommission wenn man die Grenzwerte reduziert dann macht man die Wirtschaft kaputt dann wird der Standort Deutschland gefährdet wobei Deutschland natürlich auch noch weltweit mit die höchsten Grenzwerte überhaupt hat das ist jetzt interessant warum das so ist Schneidsee dieser Fernsehsender stand schon lange da es gibt einen Bauer hier der hat viele Rinder und ab 95 war es glaube ich kam ein D-Netz drauf und ab da hat er festgestellt dass er erstmal viele Totgeburten hat und Missbildungen Sie sehen hier dass hier die Knochen abgeknickt sind oder die Hinterbeine auf dem Rücken drauf von einem Kalb Totgeburten mit ohne Augen also ohne Augen oder hier Euterentzündung viele Tiere sind eingegangen es wurde auch untersucht offiziell heißt der hat falsche Futter verwendet aber wenn Sie die Professoren die das untersucht haben da war auch Professor Käß glaube ich dabei von der Bundeswehrhochschule wenn mich da jetzt täuscht die haben ganz klar festgestellt dass es nur von der Strahlung sein kann interessant auch von Heidelberg wir haben Hühnereier in einem Brutschrank und mit Mikrowellen der Stärke unterhalb unserer deutschen Grenzwerke bestrahlt und damit ausnahmslos jedes Embryo getötet kein einziges Küken ist geschlüpft keines hat die Strahlung überlebt aus der Kontrollgruppe schlüpften ausnahmslos gesunde Tiere Professor Dr. Dr. Varga bekannt in der Elektrobiologie dann dieser Neurochirurg aus Schweden Professor Sellford hat Ratten untersucht über 1000 Ratten untersucht und hat die zwei Stunden mit dem Handy telefonieren lassen praktisch hat die 50 Tage danach geschlachtet und hat hier eine Spezialfärbung benutzt er hat Albumin drauf also Antikörper gegen Albumin das heißt Sie sehen hier ein unbestrahltes Gehirn und hier sehen Sie ein bestrahltes Gehirn und bei diesem bestrahlten Gehirn sehen Sie diese schwarzen Punkte das ist Albumin das darf normalerweise nicht rein ins Gehirn weil das Albumin Molekül ist zu groß um die Blut-Hirn-Schranke zu durchdringen die Blut-Hirn-Schranke war auch noch 50 Tage nach zweistündigem Handy-Telefonat offen dafür das Albumin hier reingekommen ist Sie wissen dass Alzheimer auch dadurch charakterisiert ist dass eben Algeiß im Gehirn steckt Albumin ist ein Prion und Alzheimer ist eine Prion-Erkrankung ja gut zum Alzheimer machen wir relativ viel Forschung wir wissen dass es als Vorbedingung für diese pathologischen Eiweißablagerungen Metalle eine ganz große Rolle spielen bei diesem Versuch hier legen Sie die Kurve praktisch so an Sie rechnen das Integral und dann kommen Sie bei der analogen Strahlung ungefähr hier hin mal 0,7 und hier bei der gepulsten Strahlung sind Sie tiefer das heißt die Leistung die auf Ihren Körper einwirkt ist über die Zeit gerechnet tiefer nur die biologische Wirkung das wäre so ich vergleiche es immer mit dem Boxer der Muhammad Ali in seiner besten Zeit kommt zu Ihnen und gibt Ihnen einen analogen Faustschlag was wäre das? der drückt Sie praktisch mit einer konstanten Kraft dauernd an die Wand mit der Faust aber konstant die ganze Zeit drückt er Sie mit dem Kopf an die Wand analog jetzt kommt gepulst gepulst wer der schlägt hat aber nur ein paar Mikrosekunden ist die Faust auf Ihrem Kopf und die ganze andere Zeit die meiste Zeit eigentlich ist die Faust nicht da das heißt eigentlich vom Mittelwert her also jetzt mal blöd gesagt wäre es noch weniger nur der biologische Unterschied einmal den Kopf Dietrich analog Mohammed Ali und einmal Kopf Dietrich gepulst sieht anders aus einmal haben Sie eine Matschbierne und einmal haben Sie halt blaue Flecken so der Unterschied zwischen gepulst gut und dann kommt noch dazu dass dann noch wieder aufmoduliert auf dieser gepulsten Strahlung so eine sehr effektive das sind verschiedene Slots wo jetzt bei Mobilfunk übertragen werden und diese haben Abstand nochmal eine Aufmodulation von 8,34 Hertz und 2 Hertz das sind so in diesem Schumann-Bereich wo Sie Leute beeinflussen können man weiß mittlerweile dass Sie mit diesen extremen ELFs können Sie Leute beeinflussen ob Sie Selbstschwalt machen oder ob Sie froh sind oder ob Sie weinerlich sind also Sie können praktisch psychische Veränderungen auslösen mit diesen Strahlungsarten wie werden die Grenzwerte gemacht weiß das jemand heißt immer die Grenzwerte werden eingehalten Punkt und da kann man nichts mehr sagen das steht man da mit dem offenen Mund Grenzwerte sind eingehalten schon gemacht ah ok da brauche ich nichts mehr sagen mit der Erwärmung gut nein wir haben nicht viel Zeit deswegen ja die machen nur die Erwärmung das wäre das gleiche wenn Sie radioaktive Strahlung nehmen und den Körper nur einen Grad erwärmen über 30 Minuten habt ihr alle schon gemacht ok ok und das habt ihr auch schon gemacht die Grenzwerte die in Deutschland gelten und die biologischen wirken also wenn man mal das D-Netz sieht da gibt es einen Grenzwert in Deutschland der 4,5 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter sind das sind Leistungsflussdichten da sehen wir nachher nochmal was Interessantes haben Abstand nochmal eine Aufmodulation von 8,34 Hertz und 2 Hertz das sind so in diesem Schumann-Bereich wo Sie Leute beeinflussen können man weiß mittlerweile dass Sie mit diesen extremen ELFs können Sie Leute beeinflussen ob Sie selbst fort machen oder ob Sie froh sind oder ob Sie weinerlich sind also Sie können praktisch psychische Veränderungen auslösen mit diesen Strahlungsarten wie werden die Grenzwerte gemacht weiß das jemand heißt ja immer die Grenzwerte werden eingehalten Punkt und da kann man nichts mehr sagen das steht man da mit dem offenen Mund Grenzwerte sind eingehalten schon gemacht mit dem ah ok da brauche ich nichts mehr sagen mit der Erwärmung gut nein wir haben nicht viel Zeit deswegen ja die machen nur die Erwärmung das wäre das gleiche wenn Sie radioaktive Strahlung nehmen und den Körper nur einen Grad erwärmen über 30 Minuten habt ihr alle schon gemacht ok ok und das habt ihr auch schon gemacht die Grenzwerte die in Deutschland gelten und die biologischen wirken also wenn man mal das D-Netz sieht da gibt es einen Grenzwert in Deutschland der 4,5 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter sind das sind Leistungsflussdichten da sehen wir nachher noch mal was Interessantes und der Schweizer Grenzwert ist schon mal 100 mal niedriger ja dann da wo der Herr Schröder immer Urlaub gemacht hat haben Sie 660 also in Deutschland gelten 4,5 Millionen Salzburger Vorsorgewert für Ihnen ist 1 Mikrowatt Sie haben hier einen Grenzwert von 4,5 Millionen und Empfehlungen für den Schlafbereich sind kleiner 0,1 Mikrowatt pro Quadratmeter und biologische Wirkungen sind nachgewiesen schon bei 0,2 Mikrowatt ja hier sehen Sie bei 1600 Mikrowatt schon Motorik und Gedächtnisstörungen bei Kindern bei 1000 Mikrowatt Öffnung der Blut-Hirn-Schranke 900 Mikrowatt Störungen des Immunsystems bei 800 Mikrowatt Calcium-Ionen können nicht mehr richtig fließen auch die Veränderung der Zellmembran und Sie müssen es nochmal vor Augen halten in Deutschland gelten für das D-Netz 4,5 Millionen Mikrowatt als Grenzwert ich sage es einfach nochmal so schauen Sie mal den Unterschied an jetzt wird es interessant Sie haben die volle Empfangsanzeige am Handy bei 0,01 Mikrowatt pro Quadratmeter zeigt das Handy an volle Power und Sie können noch bei 0,001 Mikrowatt mit dem Handy telefonieren jetzt fragen Sie sich warum sind die Grenzwerte so hoch weiß das jemand der Mobilfunk ist kein Mobilfunk mehr sondern Hausfunk die hauen im Außenbereich da waren und wenn ich natürlich gerade im Geschäftsleben wenn ich dann zu einem Vortrag gegangen bin oder zu einer Fortbildung es waren immer Leute mit Handys und das war am Anfang erst auch mal kein Thema aber es begann dann damit dass ich gemerkt habe wenn andere Leute in meiner Nähe telefonieren habe ich die gleichen Probleme also Nähe heißt damals waren das 15, 15 Meter also wir kommen da jetzt in den Bereich des Passivtelefonierens also ihr kennt das vom Rauchen Passivrauchen Passivtelefonieren ist das gleiche ich komme auch noch das ist mir auch ganz speziell dieses Passivtelefonieren das geht ganz speziell dann auch um die Kinder da haben wir nämlich dann gleich den Angriff auf die Familien damit läuft mit dieser Technik okay aber zuerst hatte ich Probleme wenn andere in meiner Nähe telefoniert haben und ich habe halt am Anfang war es so wenn halt die Leute in die eine Richtung sind zum Telefonieren dann bin ich halt in die andere das ging jahrelang oder ein, zwei Jahre wieder gut und dann begann es damit wir waren auf einer großen Tagung in München Hotel alles auch so 2000 Leute alles voll und auf einmal bekomme ich massive Sehstörungen ich bekomme Herzrhythmusstörungen und bricht zusammen dann das war dann immer so lustig und dann habe ich natürlich zu den Kollegen erst mal gesagt fahrt mich mal in den nächsten Wald mal schauen ob es da besser wird also das wusste ich schon im Wald geht es vielleicht besser kam dann konnte nach drei Tagen im Wald wieder Auto fahren bin dann erst mal zum Arzt und der hat natürlich gesagt Mensch klingt nach Gehirntumor also Verdacht auf Gehirntumor ich war da knapp 23, 24 Verdacht auf Gehirntumor nicht so spannend in dem Alter also erst mal sämtliche Untersuchungen ich habe ganz ganz viele ärztliche Untersuchungen hinter mir und das Ergebnis war dann es können keine körperlichen Ursachen gefunden werden also sie haben alles durchgecheckt es war nichts zu finden und ich war natürlich erst einmal ist es vielleicht psychisch kommt dann der Gedanke ist es eine dämonische Belastung könnte es sein also es kamen so ganz ganz viele Geschichten und das war es alles nicht ja und ich habe halt dann gelernt damit zu leben ich habe halt mich etwas entzogen und es war erst mal gut bis ich 2001 von der Flugreise zurückkam und dann wieder zusammengebrochen bin diesmal am Frankfurter Flughafen mit entsprechenden Zuschauern sage ich jetzt mal vorsichtig ich kam also ins Krankenhaus die haben wieder alles durchgecheckt und nichts gefunden aber das Entscheidende war dann nach drei Tagen kam der Chefarzt zu mir sagte Herr Weiner wir sehen wie schlecht es Ihnen geht aber wir finden keine körperliche Ursache haben Sie eine Idee habe ich mir gedacht ja nett der Chefarzt kommt zu mir fragt mich naja weil ich ja jetzt der Spezialist bin und ich bin Funktechniker aber mehr auch nicht und dann habe ich es ihm halt erklärt zu meinen Beobachtungen mit dem Funk und dann hat er gesagt naja also so richtig gehört habe ich das noch nicht aber er will meinen Spezialisten fragen und das eine habe ich mitgebracht er kam nach drei Tagen wieder und brachte mir eine Studie mit Sie sehen es Deutsche Medizinische Wochenschrift und jetzt schauen Sie mal aufs Datum 5. August 1932 als eingefleischte Funktechniker habe ich natürlich gleich gedacht noch nicht